So, ihr Tapferen, ihr wollt heute das schwere Thema, das Selbstlose, selbst bearbeiten. Ja, weil das natürlich so ans Eingemachte des Buddhismus geht, wäre es mir eigentlich lieb, wenn wir vorher klassischerweise was rezitieren. Und klassischerweise eben das, was auch zur Zeit gehört, nämlich das sogenannte Gebet der sieben Zweige. Gebet in sieben Portionen oder sieben Abteilungen, wie immer man das übersetzen will. Ja, wir rezitieren das einfach mal auf die eine Seite darunter. Auf Deutsch. Auf Deutsch, ja, ja. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Zu Buddha, zum Dharma und zur höchsten Gemeinschaft nehme ich Zuflucht bis zur Erleuchtung. Möge ich durch die Verdienste aus Geben den anderen Tugenden und aus Einsicht zum Nutzen aller Lebewesen Erleuchtung erlangen. Namu Gurubya, Namu Budaya, Namu Darmaya, Namu Sangaya. Alle Buddhas der drei Zeiten, den Dharma und die höchste Gemeinschaft verehre ich und mit Körpern so zahlreich wie die Atome des Alls verneige ich mich vor euch. So wie Manjushri und all die anderen Bodhisattvas den Siegern Gaben darbrachten, so will auch ich den Tathagatas, den Beschützern und ihren geistigen Erben Gaben darbringen. Seit anfangsloser Zeit habe ich im Daseinskreislauf in diesen wie in anderen Leben aus Verblendung falsch gehandelt und andere zu solchen Handeln angestiftet. Überwältigt von Verwirrung und Irrtum habe ich genossen, was ich Schlechtes tat. Diese Fehler einsehend will ich sie für euch, Beschützern, aus der Tiefe meines Herzens bekennen. An dem Ozean des Glücks, der aus dem Erleuchtungsgeist entsteht und Heil für die fühlenden Wesen bewirkt und an allen Taten, die ihnen Nutzen bringen, erfreue ich mich zutiefst. Mit gefalteten Händen bitte ich die Buddhas in allen Himmelsrichtungen, für die Wesen in Dunkelheit und Leid das Licht des Dharma scheinen zu lassen. Mit gefalteten Händen bitte ich die Sieger, die beabsichtigen, ins Nirvana einzugehen, uns nicht hier in Blindheit zurückzulassen, sondern für zahllose Zeitalter zu verweilen. Mögen durch die guten Potenziale, die ich hier durch all dieses Tun angesammelt habe, das gesamte Leid aller fühlenden Wesen bereinigt werden. Ja, das Thema heute Abend ist ja das Selbstlose Selbst über das Ich-Verständnis im Buddhismus. Und bei allen buddhistischen Belehrungen ist es ja oft so, dass man sich ausschließlich auf... Das Nicht-Ich. Naja, das Nicht-Ich, aber auch auf eine buddhistische Sichtweise bezieht, die oft sehr herausgerissen ist aus dem Hintergrund, aus dem sie eigentlich kommt. Also um das Buddhistische wirklich zu verstehen, kann es nützen, wenn man weiß, welches Vokabular dahinter steckt, was ja aus dem historischen Hintergrund des Buddhismus, aus der Situation in Indien und den damals vorherrschenden philosophischen Schulrichtungen und Meinungen der anderen Denkrichtungen Indiens, wie die benutzt worden und verstanden worden sind. Weil man oft Übersetzungen hat, die sehr an christliches Vokabular angelehnt sind oder die eben auch an unser philosophisches Vokabular angelehnt sind. Und es ist manchmal ganz wichtig, sich einzufühlen darin, wie das eigentlich damals verstanden worden ist. Nun ist das gar nicht so einfach. Also wie kann man rekonstruieren, was es damals überhaupt so an Denkmeinungen gab? Denn das Textmaterial, was wir haben, ist älter und man kann nur Rückschlüsse ziehen aufgrund der Sprache, was wann wie wo schon vorhanden gewesen sein muss. Und der Buddhismus hat sich ja auch über einen langen Zeitraum hin entwickelt. Und da so die ältesten Textschichten rauszufiltern, ist alles gar nicht so einfach. Für uns ist natürlich wichtig als praktizierende Buddhisten, was bringt uns das Ganze? Also was an Erkenntnisgewinn nehmen wir daraus mit? Und jeder Buddhist, der sich um philosophische Erkenntnis bemüht, muss natürlich erstmal was wissen und muss darüber dann meditieren, das mit seiner eigenen Erfahrung verbinden. Und wenn es um das schwierige Thema Ich geht, wie soll man sich schulen? Wie soll man sich verändern? Welche Ausgangspositionen haben wir eigentlich überhaupt? Was ist dieses Ich? Wie nehme ich es wahr? Das sind ja alles so diese Arbeitsfelder, mit denen man sich herumschlagen muss und die ja dann auch die Sichtweise auf das Ich verändern soll. Ich dachte, ich fange heute Abend mal ein bisschen an, dass ich etwas zu dem geistigen Hintergrund sage, aus dem heraus der Buddhismus seine Ideen als Kontraposition entwickelt hat. Also was unterscheidet denn den Buddhismus von den vorherrschenden Ideen, obwohl er sich ein ganz ähnliches Vokabular aneignet? Also er benutzt das Vokabular, was vorhanden ist, interpretiert das aber ganz anders. Und wie das aussieht, das habe ich anhand von ein paar kleinen Beispielen mal, wo es um das Eingemachte des Buddhismus, aber auch eben den Hintergrund geht, zusammengestellt. Fangen wir mal an. Was war der geistige Hintergrund? Also in Indien haben sich so zwei Schichten übereinander geschoben, könnte man sagen. Und zwar einmal hatten wir die arischen Einwanderer, also seltsame Volksgruppen, die sich in zwei Teile, der eine Teil ist nach Europa gewandert und der andere Teil ist über Indien, in Indien hängen geblieben, weil Indien ein Subkontinent ist, da geht es dann irgendwann nicht mehr weiter, da geht es ans Meer und dann ist Schluss. Und ein paar sind auch noch weiter gewandert, aber ein Großteil ist eben da hängen geblieben und hat erstmal die vorhandene Bevölkerung unterjocht. Die vorhandene Bevölkerung waren aber keineswegs primitive Animisten, so wie das früher immer dargestellt worden ist, sondern wie man ja anhand der Funde von Mohenjo Daru und Harappa weiß, einfach viel Indienspezifisches. Leute, die in Brezelbeinhaltung, in Meditationshaltung sitzen und so weiter, das finden wir alles da schon auf diesen Siegeln. Die hatten auch sowas wie eine Schriftlichkeit. Wir können das nicht lesen, die Symbole geben uns Rätsel auf, noch hat das keiner entziffert, aber irgend sowas ist schon da, was ganz erstaunlich ist, weil ansonsten, seit wann gibt es Schrift in Indien? Wir sind seit ungefähr 200 vor Christus, also nicht früher. Das heißt, zu Buddha-Zeiten gab es keine Schrift. Das heißt, nichts von dem, was der Buddha gesagt hat, wurde aufgeschrieben. Es wurde alles mündlich tradiert. Wie ist Schrift entstanden? Schrift ist entstanden durch das Bestreben Kaiser Ashokas, des großen buddhistischen Herrschers, der ja sich quasi vom Saulus zum Paulus gewandelt hat. Der hat überall im Land, in seinem Großreich Indien, Felsedikte einmeißeln lassen und dafür brauchte er eine einheitliche Schrift und die hat er dafür entwickelt, die Brahmi, wenn es jemand interessiert. Also das sind so die Anfänge der Verschriftlichung, wo wir dann eben auch viel Dharma-Inhalt haben, der allerdings schon so weit fortgeschritten ist, dass eben auch die Entwicklung der buddhistischen Philosophie und die Entwicklung des buddhistischen Kanons, auch wenn er noch nicht richtig kompiliert war, zu der Zeit doch schon weit fortgeschritten ist. Also da gibt es einfach viel schon, was vorhanden ist. Und als dann die Schrift da war, hat sich das offensichtlich auch sehr schnell so entwickelt, dass diese Texte auch schriftlich fixiert worden sind. Das geht dann auch sehr rasch, dass die dann wirklich in großer Breite da sind. Also Manuskripte haben wir ja, die sind alle meistens nicht so alt, die so in den letzten 50 Jahren gefunden worden sind, die waren eben alle nicht so alt. Da hat man immer schön geglaubt, dass der Pali-Kanon, also das Schrifttum der südlichen Überlieferung, wie man es so schön nennt, dass das das Älteste ist. Die Thera-Badins haben das auch immer prägnant behauptet. Das lässt sich aber so nicht aufrechterhalten. Gerade jetzt müssen wir ständig das Ganze umschreiben, das ganze Geschichtsverständnis, weil es werden immer wieder Schriften in Afghanistan und Pakistan, wo das Klima einfach viel günstiger ist, um solche Schriften zu erhalten. In Indien fault alles weg. Jeder Monsun rafft einfach viele Schriften dahin. Das ist einfach ein fürchterliches Klima für alles, was organisches Material ist. Während in diesem wüstenhaften, ariden Klima von Afghanistan, da erhalten sich Texte, die man irgendwann mal verbuddelt hat, weil sie für einen Gebrauch nicht mehr so geeignet waren. Also Texte hat man nicht irgendwie zerstört, sondern man hat sie rituell beerdigt. Man hat ihnen sie in einen Topf getan und dann irgendwo beigegeben. Oft hat man sie auch Reliquien beigegeben. Texte selber gelten ja als heilig und als Reliquie. Die macht man nicht einfach kaputt, sondern man buddelt die ein. Und wolltest du was fragen? Ja, aber. Also und das ist unser Glück, weil wir dann immer so ein paar zerkrümselte Texte finden. Und da es so etwas wie einen Schwarzmarkt gibt, werden die auch nicht mehr an die Ziegen verfüttert, sondern man verkauft die teuer. Und es gibt dann auch Leute, die sowas kaufen. Also meinem Professor wurden vor einiger Zeit so zwei Zigarren zusammengeolter Texte für 250.000 Dollar angeboten. Stolzer Preis, so mal eben für einen Markt. Aber okay. Was waren das für Texte? Was waren das für Texte? Konnte er so schnell jetzt auch nicht sagen. Sie wurden ihm angeboten und bei dem Preis musste er das deutsche Professorengehalt, gab das dann doch nicht. Aber es gibt Käufer für sowas. Also reiche Japaner und so weiter, die sind sehr engagiert, was den Kauf solcher Texte anbelangt. Es müssen aber nicht mal unbedingt immer buddhistische Texte sein, die da gefunden werden. Es wird auch viel so Beamtenzeugs gefunden, also so Rechenschaftsberichte von irgendwelchen Katasterämtern und so weiter und so fort. Die gab es auch schon. Die gab es auch schon und das liest sich eigentlich auch nicht anders als die Lektüre, die man heute erwarten dürfte. Sehr witzig zum Teil. Du hattest eine Frage? Gibt es da auch die Kultur der Bibliothek schon? Oder sie wurden vergraben teilweise? Ja, ja, ja. Die Klöster hatten sowas wie Bibliotheken, also die hatten offensichtlich, war das auch weit verbreitet, also Schreiben. Das ist eigentlich das, was uns erstaunt. Also es gibt auch ganz nette Sachen, wie man das Alphabet lernt zum Beispiel. Also die beiden ältesten Schriften, Brahmi und Karosti, also Karosti ist das, was man im Raum Gandhar, also Pakistan, Afghanistan benutzt hat und die sind ungefähr ähnlich alt. Die Karosti ist eigentlich gar nicht gut zur Wiedergabe der indischen Lautung des Sanskrit oder Gandhari. Es ist kein richtiges Sanskrit, so ein Dialekt sozusagen geeignet. Aber da gibt es dann eben so Werke, wo man mithilfe von Dharma-Inhalten so, was weiß ich, A aller Anfang ist irgendwie die Tugend oder sowas in der Art B und dann das Böse muss bekämpft werden und so in Versform dann irgendwie sich die Reihenfolge merken kann. Die indischen Alphabete, also das Karosti ist kein indisches Alphabet, sondern ist eben eins, was aus dem Aramäischen entlehnt worden ist, was so ein bisschen auch so seltsame Buchstaben hat, die man manchmal wirklich mühselig lesen muss, weil die alle ziemlich ähnlich aussehen. Also da kann man schon den einen mit dem anderen verwechseln. Es ist Sisyphus-Arbeit. Aber die indischen Lautsysteme, Alphabetsysteme, die sind ja sehr klar geordnet nach Lautung einfach. Da geht es halt vom Kehl, wo man überhaupt anfängt, Laute zu bilden, von hinten nach vorne. Also die Tiefkehligen bilden die oberste Reihe und so, so K, K. Dann braucht man hinten so den Hals bis zu den Dentalen vorne und den Sibilanten, die braucht man dann ganz vorne. Also so ist das geordnet, das kann man sich ganz gut merken. Das ist viel systematischer als das, was wir so haben, was man mühsam in der Schule lernen muss. Aber auf Rollen wurde das geschrieben? Ganz unterschiedlich. Es gibt Leder-Dokumente, auf Leder geschrieben. Es gibt so eine Art Pergament, es gibt Palmblätter und es gibt Birkenrinde. Und die Birkenrinde hat man dann auch gerollt oder hat die mit so einem Faden durchwirkt, sodass man da so quasi an der Seite so einen Faden hat und die so zusammengeheftet hat. Kein Buchform? Nee, nicht wie unsere Bücher, sondern eher so Plattenartig sozusagen. Aber dann Platten oder eben? Manchmal hat man die auch einmal so gefaltet oder so und dann an den Falträndern sind die dann ordentlich geknickt. Wenn man sie gerollt hat, dann sind sie auch mal gepresst worden und dann ist da dann ein Knick. Also das ist mal sehr mühselig, die dann wieder zusammenzufutzeln. Heute mit Photoshop geht das ganz gut, dann hat man irgendwo die Futzel... Naja, also das ist aber ein anderes Thema. Wir wollen ja auf die Inhalte kommen. Die Buddhisten waren aber wirklich nur zu kurzer Zeit die dominierende Religion. Also das darf man sich nicht so vorstellen, dass irgendwann mal ganz Indien buddhistisch war oder sowas. Das war nie der Fall. Indien war... Also Buddhisten waren immer eine unter vielen Anschauungen. Und wenn man jetzt versucht, klar die Buddhisten von den Hindus abzugrenzen, da muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass Hinduismus ein ganz, ganz künstlicher Begriff ist. Also das ist ein Begriff, der von den muslimischen Eroberern geprägt worden ist, also in einer sehr viel späteren Zeit, um tausend nach, für all die, die am Indus wohnen und die, die eben nicht Muslime waren. Und da hat man einfach recht grob alles zusammengefasst, was irgendwie anders war als Muslime. Buddhisten gab es dann zu der Zeit schon gar nicht mehr. die hat man dann einfach zu einem Steuersystem vereinheitlicht. Und das sind dann die Hindus und die, die sich all diesen unterschiedlichen Denkanschauungen zugehörig gefühlt haben, fanden das auch ganz praktisch und haben das übernommen. Aber letztlich war es eine Steuerklassifizierung, so könnte man mal sagen. Was macht nun, was vereint diese ganzen hinduistischen Denksysteme? Im Gegensatz zum Buddhismus, aber eben auch im Gegensatz zu den Jainas, erkennen sie nicht die Autorität der Veda. Also des Veda, der Veden, davon gibt es ja viel, die vier heiligen Bücher der Hindus oder des klassischen Indien, könnte man mal so zu sagen. Die haben die arischen Einwanderer mitgebracht, diese Schriftwerke. Worum geht es da? Es ist eigentlich heiliger das, was so zwischen den Zeilen steht. Den Veda hat man halt lange auswendig tradiert. Und das sind meistens, also im Rikveda, dem ältesten Teil, sind das so Preislieder an die Götter, an die verschiedenen Gottheiten, die aber ganz unterschiedlich aufgefasst werden. Also da gibt es dann so einen klassischen Satz an sehr, sehr antiken, sehr archaischen Gottvorstellungen und Göttern. Meistens eben auch noch sehr naturhaft stellen die sich dar. Das ist ja auch so der Anfang von Religion, dass man sich überlegt, wie kann ich meine Umgebung, die Natur, die mir einerseits das Leben ermöglicht, aber andererseits mir das Leben auch wieder nimmt, günstig stimmen, dass die macht, was ich will. Also diese Gottheiten, die für die Natur verantwortlich sind, die sollen gefälligst das machen, was ich will und nicht, wenn ich mir mühsam Familie und Vieh und so weiter aufgebaut habe, das durch Blitzschläge, Krankheiten und so weiter wieder nehmen. Also muss ich die irgendwie günstig stimmen. Und da gibt es so eine Art Geschenketausch. Also Geschenke sind eine heikle Angelegenheit. Wenn ich jemandem Gleichwertigen was schenke, dann ist der durch mein Geschenk so gut wie beschmutzt. Das heißt, der muss sich revanchieren mit diesem Geschenk. Am besten übertrifft er mich noch, um sich von dieser Beschmutzung, dieser Belastung, dieser Unbalance wieder, das muss ausgeglichen werden. Ganz anders ist es aber, wenn ich jemandem beschenke, der weit über mir steht, sprich ein Gott, dann ist es von dem eine große Gnade, von mir Wurm überhaupt so ein Geschenk anzunehmen. Und wenn er das tut, dann kann ich aber sowas von super Gegengabe erwarten, weil es ist ja ganz klar, der muss natürlich nach seinem Vermögen austeilen. Also selbst wenn ich nur ein Äpfelchen schenke und er nimmt das an, dann kann ich aber bäumeweise goldene Äpfel zurückerwarten, so ungefähr. Also das ist die Logik hinter diesen Preisliedern und hinter diesen ganzen Opferritualen. Und es gibt dann eben nach dem Rickweder mit seinen sehr interessanten, auch schon erste philosophische Spekulationen, so beinhaltende Lieder, die da drin sind, sehr heterogen, gibt es dann eben Ausbildungen, die sich auf das Kastensystem beziehen, wobei man dann eben sagen muss, dass natürlich die arischen Einwanderer für sich die drei oberen Kasten beansprucht haben. Also die Brachmanenkaste, die Priesterkaste, die eigentlich nur dazu da ist, diese Opferungen an die Götter zu vollziehen und beschenkt zu werden. Die bilden sozusagen so eine Art Verdienstfeld. Und dann daneben eben die Kriegerkaste, die Kshatriyas, die müssen nicht so extrem rituell rein sein. Und dann die Weishyas, die Händler, die sind sozusagen für den Bauch des Staatsorganismus zuständig. Die müssen sehen, dass eben der Rubel rollt und dass das Ganze mit Wohlstand ausgestattet ist und so weiter und so fort. Das sind so die drei Stützen, das sind die drei wichtigsten Kasten. Nur die haben das Recht, diese heiligen Werke, den Weder überhaupt zu studieren. Und die anderen, das sind dann die, die quasi die Dienstleistungen verrichten müssen, die niedrigeren, die Shudras. Und noch schlimmer als die Shudras sind dann eben die dran, die unberührbaren und so weiter. Das sind natürlich dann auch meistens die, die man erobert hat, die erobert wurden sozusagen, die jetzt wirklich ein bisschen, naja, die sind eigentlich außerhalb des Hindu-Systems stehend und werden auch dementsprechend abqualifiziert. Und trotzdem ist es nicht ganz so stringent, religiös ist es so, dass auch ein Shudra oder ein Unberührbarer Erleuchtung erlangen könnte. Also das, als was man geboren ist, das hat karmische Ursachen. Die Idee von Karma findet man aber noch nicht in den Veden, erstaunlicherweise, sondern die findet man erst später in den Upanishaden. Also diese Idee, dass Taten tatsächlich über den Tod hinaus eine Rolle spielen, dass die sogar dafür sorgen, dass man in bestimmten Umständen günstig oder ungünstig wiedergeboren wird. Also die Idee auch von Dharma als kosmisches Gesetz, als kosmisches Gesetzesräderwerk, dem sogar die Götter unterworfen sind, wo die auch nicht gegen an können. Diese ganzen Ideen bilden sich erst so im Nachklang aus. Und warum? Eigentlich auch, weil dieses etwas willkürliche Erstarken der Brahmanenkaste, die natürlich ihre Position sehr stark ausgenutzt haben, ziemliche Blüten getrieben hat, unangenehme Blüten getrieben hat. Also es war dann eben so, dass nicht mehr die Götter der eigentliche Adressat waren, sondern die Brahmanen waren dann in der Lage, wenn sie die Rituale richtig vollzogen, die Götter zu manipulieren. Also die Götter konnten gar nichts machen. Wenn die Brahmanen richtig die Rituale vollziehen, dann müssen die Götter wie Püppchen an den Strippen funktionieren. Und das widersprach einfach dem gesunden Menschenverstand. Hatte aber eben in dieser Dengeration den Vorteil, dass sich philosophisches Denken entwickelt hat. Und das philosophische Denken hat sich dann eben sehr mannigfaltig entwickelt, eben einerseits mit diesen Upanishaden, Upanishaden, die aber die Veden nicht leugnen. Also sondern die stehen auf dem Boden der Veden, aber bilden daraus neue Denkansätze. Upanishad heißt Niedersetzen und zusammen denken, grübeln und lernen vom Guru, beim Guru sitzen, all diese Dinge. Und die sind auch sehr, 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 sehr heterogen. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche und man kann die auch zeitlich schwer einordnen. Das macht man dann durch Sprachanalyse. Es gibt welche mit sehr archaischer Sprache und neuere, die dann erst in nachchristlicher Zeit sind, die dann ein anderes Sanskrit benutzen, mit anderen Vokabeln und so weiter und so fort. Aber man merkt halt, wie sie doch aufeinander aufbauen. Und je mehr sich dann auch die anderen Denkrichtungen entwickeln, der Jainismus und der Buddhismus, davon bleiben die nicht unbeeinflusst. Also wir finden viele buddhistische Einflüsse in den späteren Upanishaden zum Beispiel. Und trotzdem hat natürlich auch der Buddhismus von den Anfängen der Upanishaden enorm profitiert. Also dieses Denken, was in Gang gekommen ist, darauf baut ja vieles an Hintergrundmaterial und viele Situationen, aus denen heraus der Buddhismus seine Thesen formuliert, auf. Wie das geht, da komme ich dann gleich dazu. Die Jainas sind auch ein atheistisches System. Also die haben eher so eine Art Monadenlehre, also dass man sich reinigen muss, reinigen, reinigen muss. Man ist so eine Art Wesen, das in diesem leidhaften Daseinskreislauf ist, aufgrund von negativen Handlungen und Verkettung mit negativen und Verbindung mit negativen. Und von dem muss man sich bereinigen. Also das sind diejenigen, die weiß gekleidet herumlaufen oder aber mit gar nichts an. Das sind dann die Wind- oder Luftgekleideten. Und ja, die leben sehr, sehr streng. Die haben oft so Masken auf, damit sie keine Insekten verschlucken und besen vor sich hin. Also müssen sie auch so drauf treten. Genau. Ja, ja, also das nehmen die sehr, sehr ernst und sehr, sehr streng. Und ja, also das ist wirklich so eine Art Reinigungslehre, so könnte man sagen. Ist natürlich noch etwas komplexer und komplizierter. Die sind zur gleichen Zeit wie der Buddhismus entstanden. Also die sind wirklich zeitgleich. Und trotzdem ist es ja für uns interessant, wie sehen denn die Anfänge aus. Und wir merken natürlich, dass die arischen Einwanderer, die meistens so einen sehr patriarchalen Götterkult hatten, also männliche Götter, die Helden waren mit Donnerkeil und so weiter und so fort, ja, dass die natürlich auch schon in Indien herrschende Ideen, die ganz anders geartet waren, getroffen sind. Also wo man eher, und das spielt dann später im Tantra auch eine große Rolle, davon ausging, dass es eben im Menschen eine große Vielfalt an Instinkten, an Kräften, an vitalen, wie soll man sagen, unbewussten energetischen Abläufen gibt, die das, was der Mensch ist, bestimmt. Und weil die ja eben schon diese lange introspektive Kultur hatten, blieb davon auch diese Entwicklung der Aria nicht unbeeinflusst. Also auch das wirkt natürlich in die Upanishaden rein. Und deren Denken ist sehr tief, viel tiefer, als man das so auf den ersten Leseblick anwendet. Gehen wir mal in Mediothoris, gehen wir mal da in den Text rein. Das ist ein Text, der sich damit auseinandersetzt, wie diese Welt überhaupt zustande gekommen ist. Ich habe jetzt nur ein kleines Stückchen davon. Den Eingang sollte ich vielleicht kurz mal vorlesen, bis das Stück, das wir dann zusammen lesen können, ist nicht lang. Also es geht darum, was war denn am Anfang. Das ist jetzt nicht buddhistisch, sondern das ist so ein ganz archaischer Text der Upanishaden, wo man sich fragt, wie denn überhaupt Leben in die Welt gekommen ist. So eine Art Schöpfungsmythos, könnte man mal sagen. Und das ist ganz interessant, es geht jetzt nicht so sehr um die äußere Welt, sondern es geht um die Welt des Bewusstseins. Also wie hat Bewusstsein überhaupt angefangen, dass man über sich nachdenken kann und so weiter und so fort. Kompi to Erkosum? Ja, so ungefähr. Etwas früher. Ja, ja, ja. Also das ist jetzt die Aitarea Upanishad und die ist wirklich sehr, sehr alt. Lange, also bestimmt so 600, 800 vor Christus, muss man sagen. Also zu Anfang war diese Welt allein Atman. Atman ist schwer zu übersetzen, ist sowas wie das Selbst, das Ich. Das ist eben auch das, was der Buddha ständig mit Selbst oder was die Tibeter mit Dak übersetzen, das Selbst, das Ich. Was man aber eben ganz unterschiedlich versteht im Hinduismus. Manchmal ist es so ein allumfassendes Atman, das dann identisch ist mit dem Brachmann so ungefähr. Aber hier ist von Brachmann nicht die Rede, hier ist nur von Atman die Rede. Also es gibt so eine Art allumfassendes Atman. Es war nichts anderes da, die Augen aufzuschlagen. Er erwog, ich will Welten schaffen. Also erst mal denkt er, hat einen Willen, ich will Welten schaffen. Das ist so die erste Regung fürs Bewusstsein, die man haben muss. Ich will überhaupt mal irgendwas und ich will jetzt Welten schaffen. Da schuf er diese Welten, die Flut, die Lichträume, das Tote, die Wasser. Jenes ist die Flut, jenseits des Himmels. Der Himmel ist ihr Boden. Die Lichträume sind der Luftraum. Das Tote ist die Erde. Was unter ihr, das sind die Wasser. Er erwog, da sind nun die Welten. Ich will jetzt Weltenhüter schaffen. Da holt er aus den Wassern ein Purusha. Was immer man, also wie immer man Purusha übersetzen will, da steckt unser Bursche drin. Also es ist aber nicht unbedingt ein Mann, sondern es ist irgendwie, ja, eine Person oder sowas in der Art. Ein Purusha, den holt er jetzt hervor und formt ihn. Am Anfang muss man den sich so eiförmig vorstellen. Also so wird es in anderem dargestellt. Den bebrütet er. Und da er ihn bebrütete, spaltet sich sein Mund wie ein Ei. Aus dem Munde entsprang die Rede. Und aus der Rede Agni. Agni, der Feuergott. Die Nase spaltete sich und aus der Nase entsprang der Prana, der Einhauch. Und aus dem Prana Vayu, der Windgott. Die Augen spalteten sich und aus den Augen entsprang das Gesicht. Aus dem Gesicht Aditya, die Sonne. Die Ohren spalteten sich und aus den Ohren entsprang das Gehör. Und aus dem Gehör die Dishs, die Himmelsgegenden. Die ja ihre Richtungswächter haben. Wahrscheinlich habt ihr ja auch einen Kubera irgendwo. Da oben oder da. Bestimmt irgendwo habt ihr hier den Reichtumsgott Kubera, den Hüter des Nordens. Also das sind immer die Norden, heißen die auch tibetisch. Die in alle vier Himmelsrichtungen. Jede Richtung hat so einen Himmelswächter, einen Richtungswächter. Die Haut spaltete sich und aus der Haut entsprangen die Haare. Aus den Haaren Kräuter und Bäume. Das Herz spaltete sich und aus dem Herzen entsprang das Mannas. Also Mannas ist so eine Art Denken. Und aus dem Mannas der Mond. Der Nabel spaltete sich. Aus dem Nabel entsprang der Apana, der Aushauch. Und aus dem Apana der Mirtiu, der Tod. Das Zeugungsglied spaltete sich und aus dem Zeugungsglied entsprang der Same und aus dem Samen die Wasser. Also wir haben jetzt die ganzen Götter sind hier quasi im Raum aus diesem komischen Eilförmigen, wo sich von innen was nach außen stülpt. Also die Augen stülpen sich nach außen, der Mund stülpt sich nach außen und wir haben auch diese Sonne und Mond. Also Sonne waren ja hier die Augen, das Gesicht, Aditya und im Herzen das Denken. Also hier im Herz Chakra, das ist gemeint. Mannas, also Mond. Und wenn ihr auf die Tankas hier guckt, ihr werdet immer auf jedem Tanker Sonne und Mond als Symbol finden, die eben mit diesen Chakren zu tun haben. Also die da eine Rolle spielen, das Herz Chakra und eben eigentlich hier dieses Chakra, aber man meint eben diese Fähigkeit überhaupt der Wahrnehmung, die dann für Tantra ja auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Also das ist hier alles im Ansatz schon da. Man fühlt sich ein, was bin ich eigentlich? Wenn ich meinen Geist betrachte, ich habe Gesicht und mein, also Gesicht jetzt das Sehvermögen und das macht mich hell. Also das macht ja meinen Geist hell. Wenn man die Augen schließt, ist kein Licht da. Also das ist etwas, was man ja deutlich spürt. Inneres Licht kann sein, weil... Ja, aber das, wenn du... Ja, aber nimm es mal erst mal wahr. Also jetzt erst mal für das reine Empfinden hat man das alles nicht. Und der Atem ist ja wirklich das, was der Wind außen ist, ist ja dieser Wind, der durch einen durchgeht. Also das ist, es ist tiefer, als man das so denkt. Es ist nicht einfach nur oberflächlich, man darf das nicht nur so als Gequassel über sich ergehen lassen, sondern man muss versuchen, dem nachzuspüren, was die Leute hier meinen. Das nächste Textstück, das könnt ihr mitlesen, das habe ich euch hier abgeschrieben. Diese Gottheiten, nachdem er sie geschaffen, stürzten in diesen großen Ozean herab. Und den gab er dem Hunger und dem Durst preis. Also der große Ozean ist immer ein Ausdruck für das allgemeine Bewusstsein, also das, was man überhaupt geistige Sphäre nennt, also alles, was mit Geist zu tun hat. Das ist ein großer Ozean und in den purzeln jetzt diese Gottheiten, also dieses Sinnesvermögen, die purzeln jetzt mit diesem Bewusstsein zusammen und schwammeln da herum in diesem Bewusstsein. Und dieser Ozean ist dazu verurteilt, dass da Hunger und Durst sind. Also das ist zum Beispiel auch eine interessante Aussage, die hier getätigt wird. Nichts anderes wird der Buddha später sagen. Und da sprachen Hunger und, na, da sprachen die Götter zu ihm, also zu dem Atmern. Er sieh uns einen Standort, in dem wir feststehen und Speise essen mögen. Also sie haben schon Hunger und Durst dabei und sie wollen jetzt aber da nicht irgendwie ungeformt in diesem Bewusstseins-Ozean herumschwimmen, sondern sie brauchen irgendwie einen Ort. Da führte er ihnen eine Kuh vor. Die aber sprachen, diese genügt uns nicht. Da führte er ihnen ein Pferd vor. Sie aber sprachen, dieses genügt uns nicht. Da führte er ihnen einen Menschen vor. Und da sprachen sie, ei, das ist wohl gelungen. Denn der Mensch ist wohl gelungen. Er sprach zu ihnen, so fahrt in ihn, je nach eurem Standort hinein. Da geschah es, dass Agni als Rede in seinen Mund einging, Vaju als Prana in seine Nase einging, Aditya als Gesicht in seine Augen einging, Didishs als Gehör in seine Ohren einging, Kräuter und Bäume als Haare in seine Haut einging, der Mond als Manas in sein Herz einging, Mrityu als Apana in seinen Nabel einging, die Wasser als Samen in sein Zeugungsglied einging. Da sprachen Hunger und Durst zu ihm, er sieh auch für uns einen Standort. Und er sprach, in diesen Gottheiten lasse ich euch mitgenießen. In diesen Gottheiten mache ich euch zu Teilnehmern. Daher kommt es, dass für welche Gottheit immer die Opferspeise beschafft wird, in der sind der Hunger und Durst Teilnehmer dran. Was wird hier gesagt? Es wird hier gesagt, dass wann immer man etwas sieht, wann immer man etwas hört, diese Sinnesorgane sind immer hungrig. Also der Buddha sagt eigentlich nichts anderes, wenn er sagt, das Auge brennt, das Ohr brennt, die Nase brennt, der Tastsinn, all das brennt. Das heißt, Sinne sind zu befriedigen. Also Sinne brauchen Befriedigung. Im weiteren Verlauf dieser Upanishad geht es dann eben auch darum, dass sie nicht so einfach befriedigt werden können. Also dass man eigentlich diesen Abhauch, diesen Aparna, der auch zum Tod führt, dass man den braucht, damit Speise überhaupt genossen werden kann. Das heißt, man braucht eine Umwandlungsenergie, die es schafft, dass Speise überhaupt in irgendeiner Form sättigend wirken kann. Und auch das ist, da ist der Tod dann gleich eingebaut. Und Mirtyu, der Tod, spielt ja hier in diesem Aparna eine Rolle. Wenn man weiß, dass nach dem Tod tatsächlich auch der Körper durch diese Verdauung, diesen Abhauch, ja aufgefressen wird, durch die Bakterien, die normalerweise uns bei der Verdauung helfen, ist das alles nicht ganz blöd, was hier gesagt wird, sondern das ist viel klüger, als man so ahnt. Also die haben da bestimmte Dinge wahrgenommen, die auch der Buddha nicht in Abrede stellt. Es ist nun so, dass das, natürlich kann man das irgendwie, die einen Hindus verstehen das wirklich als Gottheiten, also wirklich als irgendwelche Wesen, die existieren und uns bestimmen. Die anderen sagen eben, das sind einfach Naturkräfte. Egal, sie alle stehen auf dem Boden des Vedas und deshalb sind sie alle Hindus. Sie können, also es gibt ja sehr unterschiedliche Richtungen bei den Hindus. Es gibt die, die an eine Art großen Allgott glauben. Es gibt die, die eher so Pantheisten sind, die sagen, es sind eben hauptsächlich Kräfte. Und es gibt die, die eher Atomisten sind. Aber solange sie auf dem Boden, Atomisten, die zerlegen alles in letzte Entitäten. Also alles besteht aus Atomen und irgendwie letzten kleinen Einheiten. Auch das Denken, also auch alles Geistige, besteht eigentlich aus so Denksubstanz oder sowas in der Art. Da steckt so eine Art Denksubstanz dahinter. Und also es gibt da die unterschiedlichsten Lehren und auch Yoga zum Beispiel, was der Buddhismus ja auch sehr stark benutzt, ist eine Meditationslehre, die aber in sich eigentlich auch auf dem Boden des Vedas steht. Die alle haben Stifter, aber die Veden sind eben Shruti, die sind gehört. Und das bedeutet, dass sie eigentlich nicht menschlichen Ursprungs sind, sondern sie werden entweder von dem großen Allgott eingehaucht oder aber sie sind eben von denjenigen, die Erleuchtung erlangt haben, wiedererinnert worden, als sie dann als Gotter wieder erschienen sind und werden dann sozusagen neu erzählt, weil die sich daran erinnert haben. Also so perpetuiert sich dieses Wissen und da gibt es ganz unterschiedliche Vorstellungen. Aber da sie alle grundsätzlich diese Oberhoheit anerkennen, zählen sie zu diesem großen, weiten System des Hinduismus, das sich natürlich dann noch in viele Unterschulen gegliedert hat. Und deshalb ist der Hinduismus so wahnsinnig tolerant. Aber man kann eigentlich kein Hindu werden. Man kann nur in dieses System reingeboren werden. Heutzutage gibt es zwar so Reinigungs- und Assimilierungsrituale, aber das ist eigentlich nicht vorgesehen. Aber man kann heiraten. Ja, aber dann ist man trotzdem eigentlich streng genommen kein Hindu. Also man kann dann, das macht man, aber es gibt viele orthodoxe Hindu-Schulen, die das nicht anerkennen. Also wenn einer irgendwie, da gab es viele Vorkommnisse, dass irgendwelche Rajas europäische Frauen geelicht haben und so weiter. Und dann wurden die mit so Schradar-Ritualen irgendwie feierlich in die Hindu-Gemeinde aufgenommen. Aber die Orthodoxen lehnen das ab. Also entweder man ist da reingeboren oder man hat so mieses Karma, dass man da nicht reingeboren ist, so ungefähr. Ich dachte, das ist nur, wir werden nur im Judentum. Nee, 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 nee. Wir werden auch nur reingeboren werden. Ja, ja, genau. Und das ist bei denen eigentlich auch so. Als zweitgeborene Generation? Na ja, wenn die einen Vater haben und der, also ich denke, im Gelebten, es gibt ja immer den theoretischen und den praktizierten Hinduismus, denen kann es im Zweifelsfall passieren, dass sie natürlich irgendwie negativ angefeindet werden. So was ist durchaus möglich. Also das... Zumal man muss sagen, warum ist das problematisch? Man könnte ja sagen, aufs Müll auch egal, ob ich jetzt Hindu bin oder nicht. Aber bei den ganz orthodoxen Brachmanen ist es natürlich so, wenn schon ein Schatten von so jemandem auf dich fällt oder auf deinen Schatten fällt, so ungefähr, dann bist du rituell beschmutzt und dann musst du tausend mühsame Dinge an Opferritualen machen, um dich von dieser Beschmutzung wieder zu freien. Also rituelle Reinheit kann man da bis zum Exzess treiben. Wie, wann ist man beschmutzt? Also wenn schon der Schatten eines Unberührbaren auf den Schatten eines Brachmanen fällt und man zählt automatisch zu den allerniedrigsten Kasten, wenn man überhaupt nicht da... Also man zählt zu gar keiner Kaste, man ist völlig raus und damit ist man rituell unrein. Also wir ganzen Europäer sind rituell unrein. Wir sind schon niedere Kasten. Wir sind, wir gehören gar nicht zu den Kasten, sondern wir sind rituell unrein. Wir sind rituell vollkommen unrein. Also das ist sehr ermüdend. Ja, und das hat man schon damals nicht so wirklich. Also da gab es eben viele, die sich darüber lustig gemacht haben und mit diesem Denken räumen ja auch die Upanishaden aus. Die fangen ja an, wirklich frei zu denken und da ganz anders zu denken. Nein, auch diese hier macht das schon, indem sie sich überhaupt mal Gedanken macht. Also die Gedanken sind in Indien grundsätzlich frei und auch wenn die nebeneinander gesessen haben, die haben sich nicht bekriegt, also nur weil einer eine andere Denkmeinung hatte oder sowas in der Art. Die Unterschiede jetzt bei den Buddhisten waren natürlich, die haben für Zündstoff gesorgt, weil sie a, den Weder nicht anerkennen, b, weil sie Kasten auch nicht anerkennen. Also das empfanden die als vollkommener Schwachsinn. Also das ist einfach viel komplexer und sie haben ja natürlich ein ganz anderes Verständnis von dem, was das Selbst ist. Die grundsätzlichen Fragen aber, was gehört denn zu mir, zu diesem Ich, die bleiben ja. Und wie beantwortet der Buddhismus die? Am archaischsten ist das dargelegt in den vier edlen Wahrheiten. Und da gibt es ja unterschiedliche Textpragmente und ich habe jetzt mal eins, das eins der Ältesten, was existiert, habe ich heute in mühevoller Kleinarbeit übersetzt. Deshalb ist es auch noch etwas grob. Das kann man sicherlich auch noch ein bisschen schöner machen. Die Situation ist die folgende. Der Erhabene hat Erleuchtung erlangt und Brahma und Indra, die höchsten Götter des Hindu-Pantheons, sozusagen, die haben ihn jetzt gebeten, seine Weisheit zu lehren. Und der Buddha überlegt, wem kann ich diese schwierige, komplexe Wahrheit lehren? Wer ist überhaupt in der Lage, die aufzunehmen? Und in seinem geistigen Angesicht überlegt er, ob seine beiden alten Lehrer infrage kämen. Und die sind aber schon gestorben. Und in der jetzigen Lebensform, in der sie existieren, im Götterbereich sind sie so nicht erreichbar für ihn. Und da kommen ihm seine fünf Gefährten. In den Sinn, die ihn im Asketenhain schmählich verlassen haben und gesagt haben, mit dir, der du die Askese aufgibst, wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und zu denen ist er jetzt hingegangen. Und nachdem sie doch mitgekriegt haben, dass er nicht mehr der, einfach nur der Versager und Loser ist, sondern dass mit ihm doch was geschehen ist, sind sie auch bereit, ihm nachzufolgen. Und die sind jetzt die Ersten, die in diesem Rishipatana, in diesem Asketen, bald bei Sanat, die erste Predigt zu hören bekommen. Und in diesem Sutra, dem Chattush Parishat Sutra, also ein Sutra in vier Abteilungen, da gibt es eben dieses super berühmte, das ist also das Hauptstück, das muss jeder Buddhist wissen und kennen, sonst kann er nicht sagen, dass er Buddhist ist. Das ist das Dharma Chakra Pravartana Sutra. Das ist so der wichtigste Teil davon, die Drehung des Rades. Also das ist wirklich, was jeder Buddhist wissen muss. Das muss er gelesen haben und das muss er verinnerlichen. Das ist ganz wichtig. Das ist sozusagen die absolute Basis. Und das ist auch extra Pravartana. Pravartana, Drehung des Rades sozusagen, das Ingangsetzen des Dharma Rades. Dharma, Chakra, Dharma, Rad, Pravartana, Ingangsetzen sozusagen. Und das kommt da gleich dreimal hintereinander, weil die Sache ist so, die Arbeitsteilung ist so, dass morgens drei der Mönche auf Bettelgang gehen und zwei bleiben da und die kriegen das gelehrt und wenn dann die anderen wiederkommen, dann kriegen die das auch nochmal gelehrt, nachdem die eben den anderen das Essen mitgebracht haben und dann kommt nochmal ein Mönch vorbei, der das auch hören muss, nämlich der Adinata Caundinia. Und das ist die Stelle, wo dieser Mönch, Adinata Caundinia, einer der ganz wichtigen frühen Mönche, der kriegt das jetzt zum dritten Mal gelehrt. Das ist sozusagen, dass er, also wirklich zum Einbimsen ist das da drin, aber diese Stelle besonders ist eine der schönsten, weil die sehr knapp ist und sehr, sehr viel Inhalt bietet. Gehen wir jetzt mal durch. Also, der Erhabene setzte zu Varanasi im Gazellenwand bei Rijipatana das Rad des Dharma mit drei Umdrehungen und zwölf Gliedern in Gang. Aber du glaubst nicht, dass man das lesen kann, ne? Du scheinst es zu lesen zu können. Ja. Einlesen. Ich könnte es auch wunderschönen. Zu klein, die Schrift, okay. Also, ich lese es ganz langsam, dann kannst du mitgucken und zu Hause mit der Lupe sozusagen. Genau. Also, was müssen wir hier wissen? Das Ad des Dharma hat drei Umdrehungen und zwölf Glieder. Die zwölf Glieder sind, diese wichtigen zwölf Glieder des Abhängigen entstehen und diese dreifache Drehung des Rades ist mir jetzt nicht so klar, worauf die sich hier so genau bezieht. Entweder, weil er das wirklich jetzt dreimal gemacht hat oder eben, dass hier schon die drei Fahrzeuge angedeutet werden. Das können wir jetzt hier nicht sagen. Das wird nicht so richtig deutlich erlautert. Aber daher nennt man diese als Dharma-Formel. Also, es ist eine Dharma-Merkformel. Als solche ist sie auch gemeint. Das Ganze heißt auf Sanskrit Dharma-Paryaya. Das Wort rennt öfter mal durch. Das heißt so etwas wie Umlauf. Pariyaya. Pari-Aya. Das ist, ja, rumherumlaufen sozusagen. Ein Umlauf. Es ist Begriff für... Merkformel. Genau. Das Drehen des Rades des Dharma. Also Dharma-Chakra-Pravartana. Das rahmt das Ganze jetzt ein, was jetzt kommt. Da zeigte der Erhabene auch den Zweien der fünf Mönche auf. Es gibt Mönche vier edle Wahrheiten. Welche vier? Es gibt die edle Wahrheit vom Leiden, von der Leidensentstehung, von der Leidensvernichtung. Also, Leidensentstehung, dazu muss ich sagen, das Wort trifft es nicht wirklich. Das steht, hat mich heute auch überrascht, das steht Udaya. Und Udaya heißt eigentlich so viel wie Erscheinen. Das heißt eigentlich nicht Entstehen. Wird aber immer mit Entstehen übersetzt. Ich weiß nicht so richtig, warum. Also, eigentlich ist Udaya Erscheinen. Ist das bewusst, wie ein Hund das Leiden soll? Ja, nee, eigentlich wie Leiden überhaupt zustande kommt. Wie es entsteht. Also nicht, eigentlich, klar, es ist natürlich, es entsteht, aber wie kommt es zustande? Es ist mehr, dass es spontan erscheint, sozusagen, auch wenn es natürlich, es ist nicht so, dass es irgendwie wächst oder sowas in der Art, sondern das Erscheinen, dass plötzlich Leiden da ist. Wie kommt das so ungefähr? Also, es ist anders als einfach Entstehen. Entstehen ist immer mit Bava oder sowas in der Art, aber das steht hier nicht, sondern es steht Udaya da, fand ich bemerkenswert. Von der Leidensvernichtung und die edle Wahrheit des Pfades, der zu Leidensvernichtung zu gehen ist. Was ist die edle Wahrheit vom Leiden? Geburt ist Leiden, Altern ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Von Liebem getrennt sein ist Leiden, mit Unliebem vereint sein ist Leiden. Was man sich wünscht, jenes Ersehnte nicht zu erlangen, ist auch Leiden. Jener als Zusammenhäufung bestehende Fünfer-Upadana-Skandha-Komplex, also Upadana heißt eigentlich so viel wie Aneignung, also dieser Fünfer-Aneignungskomplex, ist Leiden. Um das zu begreifen, muss der achtfältige Pfad verwirklicht werden. Das wird in dieser Weise wirklich nur in diesem Textstück so genannt. Man kann nicht sofort begreifen, dass das hier stimmt, dass das echt eine Wahrheit ist, dass es hier um die Realität geht, sondern damit man wirklich auch verifizieren kann, ja, das ist so, muss man den achtfältigen Pfad gehen. Also es heißt ja, dass die vier edlen Wahrheiten nur von einem Buddha vollkommen eingesehen werden können, als Wahrheiten. Und das ist hier also ganz deutlich gesagt, das kann man nicht gleich begreifen, sondern damit man wirklich mit Sicherheit sagen kann, dass das stimmt, muss der achtfältige Pfad verwirklicht werden. Sehr hübsch natürlich, das kennt man alles, irgendwie von Liebem getrennt sein, mit Unliebem vereint sein. Also was man will, kriegt man nicht und was man nicht will, kriegt man. Sehr hübsch. Also es ist im Sanskrit natürlich ein nettes Wortspiel. Welches ist die edle Wahrheit von der Leidensentstehung? Und da erinnern wir uns gleich wieder an das, was wir vorher gelesen haben. Jener Durst, der immer zu Dasein bewirkt, der mit Freude und Leidenschaft einhergeht, sich überall ergötzend. Der ist die Ursache. Also der ist die Leidensentstehung. Damit dieser verschwindet, muss der achtfältige Pfad verwirklicht werden. Welches ist die edle Wahrheit von der Leidensvernichtung? Eben was jenes Durstes, der immer zu Dasein bewirkt, mit Freude und Leidenschaft einhergeht, sich überall ergötzt, restloses Verschwinden, Aufgabe, zu Ende bringen, Verfall, Abkehr, Vernichtung, Befriedung, Aufhören ist. Dieses Aufhören am Ende heißt wortwörtlich nach Hause gehen. Also diesen Durst muss man dazu bringen, dass er endlich nach Hause geht. Heißt dann aber im weiteren Sinne eben aufhören. Um sich das vor Augen zu führen, muss der achtfältige Pfad verwirklicht werden. Also es steht wirklich wortwörtlich so, um sich das vor Augen zu führen. Also es ist wirklich sehr erstaunlich, wie nah das Sanskrit unserem Sprachgebrauch ist. Welches ist die edle Wahrheit des Pfades, der zur Leidensaufhebung zu gehen ist? Das ist der achtfältige Pfad, als da sind rechte Sicht, rechtes Überdenken, rechte Rede, rechtes Tun, rechter Lebensunterhalt, rechte Anstrengung, rechte Vergegenwärtigung, rechte Meditation. Dieser ist zu verwirklichen. Als Adinata Kaundinia das hört, da passiert ihm Folgendes, da entstand zu dieser Zeit beim Aussprechen der Dharma-Formel dem ehrwürdigen Adinata Kaundinia der samt der Ausflüsse befreite Geist. Das heißt, er ist ein Ahad. Ein Ahad ist einer, dessen Geist befreit ist und der keine Ausflüsse mehr hat. Ausflüsse? Das ist ein komisches Wort, ja. Also da haben auch viele drüber gerätselt, was das nun jetzt wirklich heißen soll. Es geht darum, dass der keinerlei karmische Ausflüsse mehr hat. Also positives Karma kommt nicht mehr in irgendeiner Form, bewirkt kein Werden mehr und auch negatives Dharma bewirkt kein Werden mehr. Das sind diese Ausflüsse. Also da fließt sich irgendwie aus Nase und Ohren irgendwas raus. Aber das heißt eben Aschrava. Es gibt kein Werden mehr. Also es kommt nicht zu einem Fließen oder von... Kein karmischen Zusammenhängen. Ja, kein karmisches Reifen oder Wirken mehr und kein Ergreifen des Körpers. Also es ist keine... Diese inneren Mechanismen, da kommen wir gleich bei den zwölf Gliedern des Abhängigen Stehens dazu, die dazu führen, dass sich da was weiter bewegt, dass da was ausfließt. Also dass da was über die Form hinausgeht sozusagen und wieder ein Werden nach sich zieht. Ist eine interessante Formulierung, wo man dann auch immer... Ja, Aschravas, dieser Aschravas immer und so weiter und so fort. Ja. Die spielen aber im weiteren Buddhismus noch eine riesengroße Rolle, weil da gibt es viel Streit darüber, ob bei einem Ahad es ja noch nächtlich zu einem Samenerguss kommt. Und da weiß man nicht, ob das nicht ein Übersetzungsfehler ist, ob es nicht tatsächlich um diese karmischen Ausflüsse geht und nicht um irgendwelche anderen Ausflüsse. Also da gab es viel, viel Diskussionsstoff später. Aber tatsächlich, wenn man die vier Siegel des Buddhismus, die ja einen ähnlichen Sprachgebrauch haben, da geht es eben auch bei dem zweiten Siegel. Das erste Siegel ist ja, alle zusammengesetzten Phänomene sind instabil. Und die zweite ist eben, alles mit Ausflüssen Behaftete ist leidhaft. Und das ist eben, die fünf Skandas sind mit Ausflüssen behaftet, weil sie eben karmisch sozusagen diesen Bildekräften und den anderen Gliedern unterworfen sind. Die wirken da alle ineinander und da kommt es noch ordentlich zu Ausflüssen. Und das ist das, was uns Leiden macht. Also wenn wir verstehen wollen, warum es uns so geht, wie es uns geht, dann hat das damit zu tun, dass man verstehen muss, was bin ich denn? Und das erklärt der Buddha hier, erstmal erklärt er, was Leiden ist. Und wie man das empfindet. Und im weiteren Verlauf jetzt erklärt er, wie man sich zu betrachten hat, um sich zu verstehen. Und da erklärt er diese Skandas. Also der gute Adinata Kaundinia, der hat es jetzt schon geschafft, der hat das gehört, das hat ihm schon gereicht. Der hatte so viel karmische Vorwegwirkung, so viel gutes Karma angesammelt, dass er jetzt gleich kapiert hat. Ja, und der ist gleich ein A hat. Bei den Mönchen, die fünf Mönche noch nicht, die, bei denen öffnete sich über die Dharmas, also über diese Realitätsentitäten, das fleckenreine, leidenschaftslose Dharma-Auge. Also die haben auch schon eine Einsicht, aber noch nicht Ahatschaft. Das ist der Unterschied. So gab es zu dieser Zeit auf der Welt zwei Ahats, den Erhabenen und den Zweiten. Der zweite Adinata Kaundinia, der erste Ahat nach dem Buddha, sozusagen, kann man sich gleich merken. Ein Verhältnis zum Buddha, der Ahat? Ist noch kein, also der Buddha ist auf jeden Fall Ahat, aber er ist ja mehr als ein Ahat. Aber zu der Zeit... Ist der Buddha mehr als der Ahat? Der Buddha ist ein Samyaksam-Buddha, ein vollkommen erleuchteter Buddha, ein vollkommen erwachter und das geht mit mehr Kräften einher. Also unter dem Buddha eine Stufe niedriger ist der Pratyeka-Buddha und noch eine Stufe drunter ist der Ahat. Der Ahat ist ein Buddha, weil er keinerlei Aschravas mehr hat, weil er eben frei von der Wirkung von Karma ist, deshalb ist er aus dem Daseinskreislauf raus. Also deshalb wird er nicht wiedergeboren unwillkürlich. Aber er hat eben noch nicht diese Kräfte, die ein voll erleuchteter Buddha hat. Er ist leidfrei, weil er jetzt ab da keinerlei Karma mehr in irgendeiner Weise für ihn eine Rolle spielt. Er kann nicht mehr, er kann jetzt nur noch diesen Körper ablegen und sterben. Aber was er nicht hat, sind diese Kräfte eines voll erleuchteten Buddhas aus Mahayana-Sicht. Aus Theravada-Sicht sind sie jetzt gleich. Das heißt, er müsste als Bodhisattwahl erstmal wieder zurückkehren und dann eventuell... Ja genau, dann kann er bewusst wiedergeboren werden, dein Ahat. Eigentlich ja, eigentlich schon. Eigentlich hat er diese Möglichkeit. Aber im Theravada würde man da nicht unbedingt. Da gibt es eben unterschiedliche Meinungen in den unterschiedlichen Schulrichtungen. Eigentlich, so wie man Erleuchtung erlangt hat, geht schon auch, dass man willkürlich Wiedergeburt annehmen kann, wenn man will. Also alle anderen nehmen unwillkürlich Wiedergeburt an. Es gibt ja auch zum Beispiel Tulkus, die jetzt noch... Es gibt ja Tulkus unterschiedlicher Kategorien. Es gibt die allerhöchsten Tulkus und es gibt diejenigen, die einfach so starke Verbindungen haben und so viel gutes Karma, dass sie zwar wiedergeboren werden, ihre Wiedergeburt aber noch nicht wirklich selber bestimmen können, aber zum Beispiel schon in die Richtung gehen können, weil sie einfach sehr zielgerichtet Wunschgebete gemacht haben und so weiter und so fort. Aber die noch nicht diese Macht haben, dass sie so frei selber entscheiden können, wo sie wiedergeboren werden. Da gibt es wirklich sehr, sehr starke Abstufungen. A-Hardschaft bedeutet zumindest Freiheit vom Daseinskreislauf, von der unwillkürlichen Wiedergeburt. Und inwieweit die jetzt selber bestimmen können, ob sie wiedergeboren werden können oder nicht, da sind die Schulmeinungen sehr unterschiedlich. Also die Thera-Wardins würden überhaupt nicht von Wiedergeburt sprechen, bei denen gibt es ja nicht so sehr Tulkus, die sich wiedergebären. Also da geht es nur darum, dass man selber rauskommt aus dem Daseinskreislauf. Also er hat das Ziel erreicht in diesem Sinne. Das ist die Hauptsache. Der ist ja da nicht da. Nicht, dass er gar nicht da ist, aber in diesem Fall spielt es jetzt keine Rolle, sondern da geht es einfach nur, der ist raus. Die anderen fünf, die brauchen jetzt noch eine Zusatzbelehrung und die kriegen sie jetzt auch. Die sollen ja auch mal da hinkommen. Also, da erklärte der Erhabene den übrigen fünf Mönchen, der Körper Mönche ist nicht das Selbst, also ist nicht der Artmann. Wäre der Körper das Selbst, würde der Körper nicht Krankheit und Leid entwickeln. Und für den Körper würde man annehmen, so soll mein Körper sein, nicht sei mein Körper so. Also dann hätten wir alle den Körper von Ken und ich den Körper von Barbie, weil ich das gern möchte. Und nicht irgendwie diese komische Masse, die man irgendwie... Also jeder hätte seinen Wunschkörper. Genau, das können wir aber nicht und der Körper ist nicht dasselbe. Wir haben überhaupt keinerlei Kontrolle darüber. Doch weil der Körper nicht das Selbst ist, deshalb entwickelt sich beim Körper Krankheit und Leid und nicht lässt sich annehmen, so soll mein Körper sein, nicht sei er so. Also Körper ist ja das erste der fünf Skandas, dieser fünf Komponenten, die eine Person ausmachen. Also Name und Form, genau. Also man kann auch Name und Körper sagen. Rupa ist das Sanskrit-Wort dahinter und das heißt so viel wie Gestalt, Form, Körper. Da könnte man beides nennen. Meistens wird es mit Name und Form übersetzt, aber man kann auch Name und Körper sagen, das ist egal. Wichtig ist, dass man weiß, was gemeint ist, also eine körperliche Form, eine materielle, grobstoffliche Form und wenn man aber in den formlosen Bereichen wiedergeboren wird, dann hat man ja einen formlosen Körper, das heißt, dann hat man keinen Körper in dem Sinne, dann hat man nur eine Benennungsgrundlage und deshalb heißt er eben Name, deshalb heißt das, heißt dieses Skander Name und Form, weil man nur eine Benennungsgrundlage hat, weiß ich, ob man da als Energiewölkchen herumschwabert oder so. Das ist feinstofflich? Genau, genau. Also da hat man eben eine feinstoffliche Form, die ist nicht wirklich greifbar als materielle Form, aber sie ist eine Benennungsgrundlage. Genau. Wie ist denn das im Bardo, also wo man tot ist? Da hat man den feinstofflichen Körper. Also da hat man auch einen Körper. Aber man ist ja bestrebt, wieder zurück, wiedergeboren zu werden. Naja, also der Bardo-Zustand ist ja so, erstmal trennt sich die grobstofflichen Elemente von diesem feinstofflichen Körper. Also der Körper ist ja auch ein komplexes Ding. Der Körper ist ja nicht ein Span oder sowas in der Art, sondern es ist ja auch eine Vielzahl von Elementen, die zum Körper gehören. Und von den grobstofflichen Elementen, davon trennt sich dieses Kontinuum, das ja auch immer noch aus sehr vielen Ebenen besteht und das immer auch noch eine subtile Form hat. Und das ist die Form, die man im Bardo annimmt. Also das ist für uns natürlich sehr schwierig vorstellbar. Es ist so vergleichbar mit dem Körper, den wir im Traum annehmen, heißt es immer so, mit dem Illusionskörper oder sowas in der Art. Aber bei vielen ist es so, dass dieser Moment des Bardo so schnell geht. Also dass sie im nächsten Moment schon wieder in einen neuen Körper, in einen grobstofflichen eintreten. Also das hängt wirklich sehr von den Umständen, vom eigenen Karma und davon ab, wie man die letzten Sterbeminuten erlebt. Also wie man diesen letzten Übergang erlebt. Wenn man sehr aufgewühlt ist, dann hat beeinflusst das die Schnelligkeit, aber auch die Art, wo man dann wieder nach einem Körper greift. Aber genau dazu kommen wir dann auch gleich bei diesen zwölf Gliedern des abhängigen Entstehens. Wichtig ist, dass man sich merken muss, dass der Buddha hier ermahnt, der Körper, wie ist der zu betrachten? Also normalerweise leiden wir sehr darunter, dass wir uns so stark mit diesem Körper identifizieren. Also dass wir Angst darum haben, ob der hübsch oder hässlich ist, wie die anderen den sehen. Dann ist dieses Ding natürlich ständig verbeult und schmerzt und brütet Krankheiten aus. Also dieser Körper ist mehr Anlass zur Sorge und zum Schmerz, als dass man irgendwie Lust und Freude darin empfindet. Aber, wie auch die Upanishade sagt, Hunger und Durst sind in all dem ganzen Kram hier eingebaut. Also wir brauchen, dieser Körper ist etwas, was ständig befriedigt werden muss. Und der Körper muss eben durch alle möglichen Sachen befriedigt werden, durch grobstoffliche Nahrung und durch Atem und durch Blut und durch Wasser. Also alle Elemente müssen in diesem Körper ständig zugeführt werden und bilden da ein organisches Ganzes und so weiter und so fort. Ist da die Sinnlichkeit auch mit... Ja, ja, na die Sinnlichkeit, das was wir Sinnlichkeit nennen, ist Durst. Also nicht nur Essen, sondern, ja... Ist Hunger und Durst. Sehen und alles, was du schon gesagt hast. Genau. Sinnlichkeit könnte man auch mit Durst oder Hunger übersetzen. Das ist nichts anderes als das, was der Buddha hier mit Durst bezeichnet. Die Wahrnehmung ist doch das zweite Skandal. Ja, da muss man jetzt gucken, was ist Wahrnehmung. Ich lese nur kurz, da kommt es ja gleich weiter. Also daher, welcher Körper auch immer, ob es schon der jetzt vorhandene Körper ist, der schon entstandene oder der noch nicht entstandene, also der, den man zukünftig haben wird, der innere Körper, was weiß ich, die Leber und die Organe oder sonst irgendwie oder der feinstoffliche Körper oder der äußere, üppige oder feine, geringe oder überlegene, welcher ferne oder nahe steht, all das ist nicht das meine, noch bin ich das, noch ist dies mein Selbst. So muss das der Realität entsprechend mit rechtem Verständnis betrachtet werden. Also hier geht es eben schon in Ansätzen um das, was wir Leerheit nennen, dass man durchaus versteht, ich meine, unser Körper steht uns manchmal nahe und manchmal fern. Also wenn er gerade mal irgendwie ganz nett aussieht und gut beieinander ist und gesund, dann steht er uns nahe und wenn er Beulen ausbildet und irgendwie nicht so ansehnlich ist oder sonst irgendwie, dann ist er uns manchmal sehr fern, dieser Körper. Das ist schon wieder, schon wieder. Ja, genau. Aber wie dem auch sei, diese falsche Auffassung davon, dass man sich damit identifiziert, dem ist entgegenzuwirken, es ist nicht meins. Also das Ich hat damit nicht wirklich was zu tun. Das ist nicht mein Selbst, noch gehört mir das Ding. Also ich bin nicht der Besitzer dieser körperlichen Grundlage. Und genau so ist das. Also so muss das der Realität entsprechend mit rechtem Verständnis betrachtet werden. Und das Gleiche gilt eben dann für die anderen, wie du schon gesagt hast. Unterscheidung, Bildkräfte, Wahrnehmung, Bewusstsein. Wobei man eben sagen muss, Unterscheidung ist ein wichtiges Skandal. Das ist dieses positiv, negativ, neutral. Also Unterscheidung bedeutet nichts anderes. Eben mag ich, mag ich nicht oder ist mir wurscht in unterschiedlicher Ausprägung. Eigentlich gibt es sowieso nur diese beiden Pole, graduell abgestuft. Starke Anhaftung, starke Abneigung und dann eben etwas weniger. Also ignorieren. Ja, also ignorieren. Also meistens haben wir immer entweder eine kleine Anhaftung oder eine große oder aber eine kleine Abneigung oder eine große. Dieser Neutralpunkt Null ist eigentlich ganz selten da. Beim Ignorieren ist ja schon wieder eine eigene Wille dabei. Ja, muss nicht mal sein. Aber da kommen wir gleich dazu. Also es gibt auch eine Ignoranz, die völlig ohne Willen läuft. Also die einfach wirklich nur Blindheit ist. Aber hier geht es eben darum, da ist auch gar kein Wille dabei. Also wenn ich etwas mag und nicht mag, dann will ich nicht, dass ich das mag oder will, dass ich es nicht mag. Sondern das erscheint mir so und das sind Gewohnheitsmuster, die eben mit diesem falschen Verständnis vom Ich und von Inherenz zu tun haben. Also genauso, wie man nach dem eigenen Körper greift, nach dem eigenen Unterscheidungsvermögen. Also ich greife nach meiner Meinung. Ich mag das nicht. Also ich meine, wie oft am Tag hört man solche Sätze wie, nee, das ist nicht meins. Also manche Leute mögen ja Spinat, aber Spinat ist überhaupt nicht meins. Also nee, das ist nicht meins. Ja, also viel extremer eigentlich noch beharren auf eigenen Meinungen, die einfach nur auf diese Art von Wahrnehmung berührt. Also die einen mögen dieses Parfum, die anderen nicht. Und da kann man sich natürlich herzlich drüber streiten und so weiter und so fort. Und das Problem ist, diese subjektive eigene Sichtweise, die aus den ganzen karmischen Bildekräften, gleich das nächste Skander, kommt, die hält man für inhärent. Also man denkt, das, was man empfindet, dieses mag ich, mag ich nicht, das muss so sein. Das ist eine ewige Wahrheit sozusagen. Das ist auch ein Teil von mir oder ein Teil der Realität. Also ich mag kein Rosa. Zum Beispiel, genau. Also es ist einfach eine unumstößliche, ewige Wahrheit, dass Rosa scheiße ist, so ungefähr. Also jetzt mal sehr salopp gesagt. Nicht nur für mich, sondern diejenigen, die das glauben, denken ja wirklich, Rosa ist schlecht. Bei vielen Modeerscheinungen. Also immer, wenn irgendwie eine Revolution die andere ablöst, wie zum Beispiel im Jugendstil hat man alles verschnörkelt gehabt und dann kommt das Bauhaus und sagt, Ornament ist ein Verbrechen, dann glauben die auch, dass sie, und sie waren der Meinung, dass sie einen ewigen Stil schaffen. Also dass sie einen Stil schaffen, der für alle Ewigkeit Bestand hat. Und da kann man als Buddhist natürlich nur drüber kichern, weil das ist alles einfach sehr willkürlich. Es gibt kein kosmisches Gesetz dafür, dass Ornament ein Verbrechen ist. Man hat mal Lust drauf, man hat mal nicht. Das beruht auf völlig instabilen Komponenten, dieses eigene Empfinden für etwas. Und das kann sich sehr ändern. Also man weiß, dass man als Kind Oliven nicht unbedingt mochte und jetzt findet man sie eigentlich ganz lecker oder sowas in der Art. Also es gibt ja viele Dinge, die sich einfach im Leben ändern. Da ist mit diesen unterscheidenden Wahrnehmungen, die sind sehr, sehr wandelbar und sind eben auch nicht das Selbst. Aber man greift danach, dass das das Selbst ist. Man greift danach, dass die eigene Meinung und Empfindung dafür, die ist inhärent gültig sozusagen. Das ist etwas, was viel Leiden verursacht. Was heißt inhärent? Aus sich heraus. Ewig, aus so einem ewigen Grund heraus sozusagen. Aus einer ewigen Grundnatur heraus ist Rosa schlecht. Aus einer ewigen Grundnatur heraus sind Ornamente Kitsch oder sowas in der Art. Und das ist einfach nicht der Fall. Es sind willkürliche Aussagen und willkürliche Empfindungen, die von Umständen und Bedingungen von einem instabilen Ich abhängen. Das ist nicht auch einfach, weil der Geist befriedigt sein will, weil er sich langweilt und immer nach dem Neuen sucht. Genau, das sagt der Buddha. Genau, das sagt der Buddha. Tishna. Das ist die Ursache des Leidens. Dieser ewige, unbefriedigte Zustand. Dieses ewige Unzufriedenseiten. Ja, ja, ja. Mode ist Leiden. Genau das sagt der Buddha. Also Mode ist Leiden. Also all das, was wir, also in diesen vier Siegeln, da heißt es ja, alles mit Ausflüssen Behaftete ist leidhaft. Und was ist Leiden? Wir haben ein Greifen, wo es um Mode geht, wo es um Design geht und alle diese Sachen, wo wir denken, da liegt das Glück. Wenn ich meine Wohnung endlich schick eingerichtet habe, dann bin ich für alle Zeit glücklich. Und nächstes Jahr kommt eben der nächste Ikea-Katalog. Nein, ich bin unglücklich. Genau, das ist ja viel schöner als das, was ich jetzt habe. Jetzt ist ja der Blau und der Lacktisch und nicht mehr. Ja, man sieht es ja auch daran, dass man immer die Leute zu viel Sinnesbefriedigung erfahren, dann müsste ja der Durst abnehmen. Aber er wird noch unbefriedigter. Man hat nur gar keine Möglichkeiten mehr, so richtig sich noch ein Feld zu suchen, wo das befriedigt werden könnte. Und dann muss man die seltensten Vögel der Welt irgendwie abschießen oder sonst irgendwas, um noch um so ein Schwachsinn zu kaufen. Sie haben ja Schriften kaufen auf dem Schwarzmarkt. Ja, all solche Sachen. Ich habe jetzt eher an es nicht aufräumen müssen gedacht. Weil ich war ja neulich umgezogen und habe überhaupt keine Lust weiterzumachen. Also kann es ja eigentlich so bleiben. Wenn es dich nicht stört, das ist jetzt nicht das Problem. Aber das Problem ist eben, dass man glaubt, über sinnliche Dinge Befriedigung zu erlangen, was hiermit ausgeschlossen ist. Man züchtet sogar noch die Unzufriedenheit, weil man ordentlich für Aschrava sorgt. Für Ausflüsse. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warum? Das erklären gleich die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens. Okay, also das Ganze geht auch eben mit diesem Unterscheidungsvermögen. Die karmischen Bildekräfte. Also was sind diese Bildekräfte? Das sind diese karmischen Anlagen und Potenziale. Woraus bestehen die? Na, alle Taten, die mit Unwissenheit einhergehen, die sorgen, also mit Unwissenheit und eben auch mit dieser Unterscheidung, die sorgen dafür, dass wir karmisch relevante Potenziale ansammeln. Weil dieses Unterscheiden und Anhaften an dem Unterscheiden, also vor allem der Anhaftung, Anhaftungskomplex daran, an diesem Unterscheidungsvermögen, das wäre nicht so schlimm, wenn man nicht anhaften würde. Aber das produziert sozusagen Anhaftung. Und diese Anhaftung sorgt dafür, dass man karmisch handelt. Also dass man Unwissenheit produziert. Aus dieser Unwissenheit heraus produziert man überhaupt Anhaftung. Und diese Anhaftung sorgt dafür, dass man karmisch relevant handelt mit Körper, Rede und Geist. Also dass man ethisch positiv handelt oder ethisch negativ handelt. Dass er sich den schönen Menschen zuwendet und mit ihnen redlich spricht und den hässlichen Menschen halt bei denen sich im Hinterland guckt. Ja, also auf der einen Seite. Aber vor allem, dass man natürlich in Bezug auf dieses Ich handelt. Und wenn man sich anguckt, dieser ganze Komplex des Negativen und Leidvollen und Schrecklichen, dieser schrecklichen Verbrechen in dieser Welt. Kein Mensch möchte wirklich von sich sagen, doch, ich bin Dieb aus Überzeugung. Ich bin Mörder aus Überzeugung. Ich bin Vergewaltiger aus Überzeugung. Finde ich gut. Also normalerweise sagen die Leute schon, sie möchten eher sowas Heldisches sein, was Gutes sein und möchten eher der Supermann sein und der, ja, der, der auf dem Podest steht und dem die anderen den Lorbeerkranz überstülpen und so weiter und so fort. Und gerade weil sie eigentlich das sein möchten und frustriert sind darüber, dass ihnen ihr Ego immer wieder entgleitet und dass sie keine Befriedigung finden, tun sie Dinge, die sie eigentlich nicht wirklich für gut halten können. Also wo ihnen auch ihre innere Stimme, ihr Antarsvamin, ihr innerer Lenker, ihr inneres Ich sagt, das ist nicht gut. Sie tun es aber, verstecken sich hinter ihren Taten und präsentieren ein anderes Selbst. Es ist eine merkwürdige Abkopplung und die hat mit diesem Greifen nach dem Ich zu tun. Das ist eine Anhaftung auch an dieses eingebildete Ich, an dieses Ego, was man für inhärent und für schützenswert hält, über das man aber gar nicht richtig Bescheid weiß. Also normalerweise sind wir mit einem Instinkt geboren, mit einem instinktiven Greifen nach dem Ich. Das ist gar nicht mal so, dass wir uns unbedingt über alle stellen wollen, sondern wir nehmen uns als eine Entität wahr, die es zu schützen gilt. Das hat schon auch, wenn ein Insekt hier rüber krabbelt und ich halte meinen Finger hin und dieses Insekt versucht, sich davor in Sicherheit zu bringen, dann hat es ein Ich-Gefühl. Und schon dieses Ich-Gefühl basiert auf Unwissenheit. Also das ist für uns immer sehr schwierig nachzuvollziehen, weil wir so gewohnt sind an dieses Ich-Gefühl. Also wir nehmen uns nicht wahr als eine seltsame, lockere Anhäufung von karmischen Anlagen, Wahrnehmung, Bildekräften, Name und Form und so weiter und so fort. Also wir haben dieses Ich-Gefühl, das hüllt uns den lieben langen Tag ein. Und wir halten das auch für völlig natürlich gegeben und richtig und da kommt es gar nicht der Gedanke. Ja, ja, das konstituiert unsere Welt. Also wir können uns gar nicht anders sehen und denken wir. Wir können uns sehr wohl anders sehen, da geht es ja hin. Aber aus diesem Gefühl heraus, für dieses Ich, entstehen auch diese ganzen schlimmen und negativen Taten, die, wenn wir wüssten, dass eigentlich dahinter eine subtile Ebene des Geistes steht, dass wir all das andere, was uns jetzt ausmacht, sowieso irgendwann abwerfen, dass das flüchtig ist, das Einzige, was bleibt und von einem Leben ins nächste geht, sind eben diese Kontinuen von Momenten der subtilsten Ebene des Geistes. Aber da kommen wir gleich noch zu bei den Zwölfgliedern des abhängigen Entstehens. Also wichtig ist, es gibt diese fünf Skandas, die das ist, was wir sind, also wenn man mich fragt, was ich bin, was bist du denn? Ich bin fünf Skandas. Also ich kann das mal sagen, ich bin nämlich fünf Bildekräfte, also ich bin Bildekräfte, ich bin Wahrnehmung, ich bin Name und Form und ich bin Bewusstsein und ich bin, ja, Gefühle. Urteilsvermögen. Urteilsvermögen ist diese Wahrnehmung. Du hast gesagt, ich habe das auch geschrieben, war das in der Küche uns gesagt, dass Urteilsvermögen auch ein Element ist, eins von den fünf Skandas. Ja, das ist das Gleiche wie Unterscheidung. Ja, Unterscheidung. Ja, Wahrnehmung ist überhaupt die sechs Sinne. Also unterscheidende Wahrnehmung, es gibt so viele Begriffe dafür, wichtig ist, dass man weiß, was gemeint ist. Also diese unterscheidende Wahrnehmung, das ist eben gemeint mit mag ich, mag ich nicht, ist mir wurscht. Also diese drei gibt es. Gefühle, so wird es auch oft übersetzt. Bewusstsein ist grundsätzlich, dass man so etwas wie ein Bewusstsein hat, dass einem auch das, was man wahrnimmt, zum Bewusstsein kommt. Also eines der Skandas ist eben, dass man überhaupt sechs Sinne hat, mit denen man wahrnehmen kann. Zu den sechs Sinnen gehören, wir kennen immer bei uns nur fünf Sinne, aber der sechste Sinn ist so eine oberflächliche Art des diskursiven Denkens. Das zählt mit zum Sinnen, zu den Sinnen. Das ist nicht, jetzt gehört weniger zum Bewusstsein als zu den Sinnen. Die Sinne, wie die entstanden sind, das sagt halt die Upadi-Schade in so einer netten Art und Weise. Also eigentlich eher, wie man sie empfindet, als wie sie jetzt tatsächlich entstanden sind. Aber es ist sehr nett eingefühlt. Gut, also das sind wir, wobei eben es unterschiedliche Schulmeinungen innerhalb der buddhistischen Schulen gibt. Manche sagen, es reicht eigentlich schon eins dieser Skandas für eine Person. Andere sagen, alle fünf müssen da sein. Andere sagen, es müssen nur drei da sein. Also Name und Form müssen da sein. und Bewusstsein muss da sein. Sagen die einen, das reicht schon. Die anderen sagen, nee, man braucht eben auch noch diese karmischen Bildekräfte, sonst ist das Ganze witzlos und so weiter. Aber da gibt es unterschiedliche Argumentationen, die ist nur am Rande. Die höheren Schulrichtungen sagen alle, man braucht diese fünf. Und wichtig ist ja eben nicht, dass man das stur auswendig lernt, sondern dass man versteht, was ist damit gemeint. Und die Relevanz für diese ganzen Sachen ist ja, dass man erkennt, dass dieses Ich eben keine inhärente, ewige Grundnatur hat. Es gibt keine ewige, inhärente Grund, Nikola in mir, sondern von Kontinuum zu Kontinuum, das ist ein Strang sozusagen. Es ist anfangslos und endlos. Und das ist ja der große Unterschied auch zum Hinduismus. Also die hinduistischen Systeme nehmen alle an, dass ein und dieselbe Person Transformationen durchläuft. Also wenn in diesem Leben ich als Kriegsopfer schlimmst vergewaltigt werde, meine Kinder vor meinen Augen erschossen, dann hat das damit zu tun, dass ich irgendwann mal im vorigen Leben schrecklich gehandelt haben muss. Es ist sozusagen meine karmische Last, die ich ausbaden muss. Und genau das, sagt der Buddhismus, ist nicht der Fall. Es ist nicht so, dass die Person, die das Schreckliche erlebt, also das Reifen der karmischen Frucht, dass die identisch ist, mit der dies angehäuft hat, sondern sie steht mit ihr in einem Kontinuumszusammenhang, ist aber nicht die identische selbe Person. Also ich bin die Zukunft vergangener Taten, aber ich bin nicht identisch mit der Person, die diese Taten angehäuft hat. Und das ist ein großer Unterschied und ein schwieriger Unterschied. Also das erfordert schon tiefes Nachdenken und einfühlen und empfinden, dass man das wahrnimmt. Weil dann könnte man ja sagen, naja, guck mal hier, der hat jetzt ein behindertes Kind, dann muss entweder das behinderte Kind und er, die müssen den karmischen Zusammenhang gehabt haben und müssen im letzten Leben aber super viel falsch gemacht haben oder so. Das geht so nicht. Also das ist aus buddhistischer Sicht nicht stichhaltig. Also der Rana hat gesagt, dass in der mäßigen Inkarnation oder was ist so, dass es das Ich ist, aber es ist eigentlich doch auch nicht dasselbe. Na T, das ist ja genau das, was er damit sagen will. Es gibt einen Zusammenhang so wie zwischen Same und Blume. Der Same ist nicht spontan aus dem Nichts entstanden, sondern der hat natürlich die ganze Evolutionsgeschichte hinter sich. Die Blume entsteht aus dem Samen und die Blume produziert wieder einen Samen und natürlich hat der Samen mit der Blume und den Umständen zu tun, aber er ist nicht identisch mit dem Samen, aus dem mal die Blume erwachsen ist. Das ist uns auch klar. Aber für uns, für unser Erleben und unser Empfinden ist uns das nicht so klar. Und dabei ist es eigentlich ganz ähnlich. Also es sind Samen, die kommen zur Reife und bringen eine Blume hervor. Die karmischen Samen wurden mit Hilfe von, also in Form von karmisch relevanten Handlungen, positiv oder negativ, angehäuft und hinterlassen einen Abdruck im Bewusstsein. Das ist so, wie man das ausdrückt. Und die Blume, die sie dann hervorbringen, das ist das, was wir erleben. Und je nachdem, was da vorgekommen ist, ist es eben eine olle Stinkmorche, die uns das Leben schwer macht oder es ist ein wunderbar duftendes Blümchen und alle erfreuen sich daran oder sowas oder auch wir. Also das, was wir erleben, ist Frucht und wir sind das auch und wir häufen auch wieder Neues an. Also diese Blümchen, die wir sind, die haben die Möglichkeit, durch unser Tun bringen wir das Ganze weiter. Ashravas, da fließt was aus und da kommt wieder was Neues bei raus. Und das ist aber nicht identisch mit uns, sondern das ist das, was wir geschaffen haben und was dann ein neues Wesen formt, was daraus hervorgekommen ist. Kann man sagen, dass der Hauptunterschied ist, dass es dann bei den Buddhisten wandelbar ist. Dass du das andere Karma eben auf dich einstürzt, weil du das vorher gemacht hast, vorher jemanden umgebracht und jetzt wird mir, was weiß ich, für mein Bein abgeschnitten oder sonst noch was. Nicht du. Und das ist eben, ich kann es gar nicht verändern, es ist halt so da. Ne, das wäre bei beiden so. Also auch die Hindus sagen ja, Karma ist wandelbar, du kannst ja jetzt gut handeln. Also auch wenn du jetzt furchtbar Pech hast und als armer Unberührbarer geboren bist, du musst diese karmische Schuld jetzt abtragen, so ungefähr, aber irgendwann ist die erschöpft, du stirbst und dann, wenn du in diesem Leben als Schudra, als Unberührbarer oder sonst irgendwie gut gehandelt hast, hast du ja die Möglichkeit, in der nächsten Geburt als Brachmane geboren zu werden. Also wandelbar ist Karma immer, aber das Kontinuum ist quasi inhärent. Das Kontinuum bleibt gleich. Es ist immer die gleiche Seele, die gleiche Monade, die das erlebt. Während das sagt der Buddhismus eben nicht, es ist nicht die gleiche Person, die das erlebt, sondern die Person als solche ist ein vollkommen essenzloses Gebilde. Es ist wirklich eine Ansammlung der Elemente und der verschiedenen Bewusstseinsströme und der verschiedenen Bewusstseinsebenen und die alle haben überhaupt keinerlei Substanz. Wobei man dann eben auch wieder unterscheiden muss, da gibt es eben die niedrigen philosophischen Schulen des Buddhismus, die sagen einfach, wenn das eine zu Ende geht, fängt das andere an. Deshalb ist es nicht richtig, dass man sagen kann, die Dinge existieren oder sie existieren nicht. Sie existieren, aber sie haben kein Anfang und kein Ende in dem Sinne. Und die höheren philosophischen Schulen, die argumentieren eben so, dass es nicht das Stichhaltige, dass das eine sich zum anderen wandelt, sondern das Stichhaltige ist, dass wenn man das Objekt sucht, man es nicht finden kann. Also wenn man den Samen sucht, dann kann man ihn nicht wirklich finden, denn der Samen besteht ja auch aus Erde, Wasser, Feuer, Luft und so weiter und so fort und wenn man dann zurückgeht, dann ist man im atomaren Bereich und dann ist man in der Evolutionsgeschichte und das Objekt selbst rinnt dir zwischen den Fingern. Naja, wo ich drauf noch das zum Beispiel dieses Kastendenken, sich in diesem philosophischen Denken dann eben, dann ist er selbst schuld, wo er jetzt ist. Genau. Selbst schuld und dann, wenn ich den sehe und der arme Bettler liegt, dann sage ich, ja gut, Recht geschehen, du hast schon entsprechend was vorher gemacht, muss ich eigentlich überziehen. Ja, hast du Pech gehabt. Ja, Pech gehabt. Während eben dann bei diesem buddhistischen Denken, also auch dieses Mitgefühl, dieser Bodhisattva-Gedanke, dadurch, dass diese andere, dieses anderen philosophischen Hintergrund auch eben auch seine Berechtigung hat. Ja, also er ist, sagen wir mal, leichter argumentierbar, wobei man, ja, ja, man darf aber den Hindus jetzt nicht Unrecht tun. Also die meisten hinduistischen Schulen, ja, also natürlich ist es so, dass man, dass man als Hindu natürlich weiß, oh oh, der Arme muss jetzt ausbüßen, was er in vergangenen Leben an Mist gemacht hat, in welcher Form auch immer. Er kann ja vorher auch eine Frau oder ein Mann gewesen sein, in welcher Form auch immer. und wenn jemand ganz besonders übel dran ist, dann muss er wahrscheinlich sogar vorher ein hoher Brachmane gewesen sein, weil so tief fallen kann man dann nur, wenn man seine Stellung sowas von mies missbraucht hat oder sowas in der Art. Also da gibt es dann viele Argumentationsweisen in dieser Hinsicht, aber tatsächlich ist eben festzuhalten, da gibt es ein Kontinuum, was inhärent ist. Während das ja der Buddhismus eben negiert, das ist nicht so. Es ist ein kausalen Nexus, es gibt in den unterstufigen Erklärungen ist es eben quasi Ursache und Wirkung. In den höheren Schulen ist es aber noch viel subtiler und komplexer. Also da ist es dann eben, da geht es hauptsächlich darum zu erkennen, diese Ebene des klaren Lichts. Ja, es sind Energieformen mehr, Naja, also es ist was Geistiges und geistig kann man nicht gleichsetzen mit Energie. Es gibt eine Energie, die das Geistige trägt. Also das Geistige braucht eine Trägerenergie, damit es sich überhaupt in irgendeiner Form niederschlagen kann. Aber tatsächlich ist das Geistige auch etwas, was sich permanent wandelt, was aber eine bestimmte Qualität besitzt. Und wie kommt, aber das ist jetzt natürlich die interessante Frage, wir lesen noch kurz den Schlussvers hier. und in dieser Weise, ihr Mönche betrachtet ein aufmerksamer, edler Hörer, also ein A hat, den Fünfer-Aneignungskomplex, diese Upadan Asganders, nicht ist dieses das Ich, nicht ist dieses das Meine und in dieser Weise betrachtend wird keinerlei Welt angeeignet. Wenn nichts angeeignet wird, wird nichts aufgerührt. Und wenn nichts aufgerührt wird, beruhigt sich, beziehungsweise erlischt das konventionelle Selbst, der Pratyatman. Also den Pratyatman, das ist das, was wir jetzt haben, ein tolles Wort. Da habe ich heute auch gestutzt, als ich das gelesen habe. Praty ist immer so etwas wie Ersatz, das Ersatz selbst. Das ist das, was wir jetzt bewohnen. Toll, tolles Wort. Hat die Sohn noch nicht vorher gelesen. Also wie gesagt, dieses Stück ist uralt, das Chattush Parishat Sutra. Und so steht es im Pali eben nicht. Und das finde ich sehr erstaunlich. Aber bei den Tibetern steht es tatsächlich auch so drin. Vernichtet ist mir Geburt, der Brahma-Wandel ist vollzogen, was zu tun war, ist getan. Nicht gibt es daher ein künftiges Werden. Also das ist hier das Ziel des Buddhisten, dass es kein künftiges Werden gibt. Also das ist das Theravada-Ziel, muss man dazu sagen. Natürlich ist es auch das Mahajaner-Ziel, dass es kein willkürliches Werden mehr gibt, sondern dass es, wenn nur noch ein selbstbestimmtes Werden gibt, kein unbekürliches Werden. Genau, genau. Also dass es nur noch ein selbstbestimmtes Werden gibt, das wäre für den Mahajaner das Ziel, dass man sich verkörpern kann zum Wohle aller Wesen. Während hier ist es erstmal, das erste Ziel ist, nicht mehr sollen die Elemente machen, dass ich überhaupt Existenz annehme, in dieser leidvollen, gruseligen Form. Jetzt ist natürlich wirklich die Frage, wie kommt man überhaupt in die Welt? Also wie kommt es, dass man sich überhaupt mal irgendwann verkörpert hat? Also wie kommt es dazu, dass es überhaupt sowas wie diesen Pratyatman, dieses komische Ich hier gibt, das hier sitzt und leidet? Und am Anfang des Buddhismus zählte das zu den Fragen, die man nicht stellen soll. Es gibt so sieben Fragen, die man nicht zu stellen hat, weil die Antwort, das eigene Auffassungsvermögen, am Anfang übersteigt. Und das heißt, da wird dieses berühmte Beispiel angefügt, das ist so, als ob jemand von einem Pfeil getroffen ist und sagt, nee, zieh mir den Pfeil jetzt nicht raus, erst muss ich wissen, ob der, der ihn abgeschossen hat, ein Brachmane, ein Shudra, ein Kshatriya oder sonst irgendwas war. Und da sagt der Buddha, dann vertrödelt ihr Zeit, ihr müsst erst mal den Pfeil rausziehen. Und das kann man mit Hilfe der vier edlen Wahrheiten und den entsprechenden Anweisungen tun. Da kann man den Pfeil aus der Wunde ziehen. Und wenn man dann genesen ist, dann kann man diese Frage, nach dem, wann gab es denn den Anfang des Ich, ganz anders stellen und beantworten. Ich finde das komisch, weil, als du vorhin das vorgelegt hattest in dem Buch, wo dieses Eiförmige, sich ausstellt und dachte sich halt so, das ist so ein bisschen wie Mischung zwischen, also Schöpfungsgeschichte, als aber auch, was war zuerst da, die Henne oder das Ei. Also irgendwo kommt dieses Ei, aber eigentlich haben wir uns die Frage gestellt, Henne oder Ei und hier ist das Ei, das aus dem alles wird. Und das wird da selbstverständlich vorausgesetzt und das fand ich schon wieder ein bisschen ewig. Nee, also der spätere Buddhismus beantwortet das ja anders. Also das ist ja, wie gesagt, am Anfang hier, hier zu dieser Zeit sagt der Buddha eben noch, das ist eine Frage, die nicht zu stellen ist. Die führt jetzt so weit, da seht ihr in den Wald, vor lauter Bäumen nicht mehr. Aber dann im Abidharma wird diese Frage dann schon auch beantwortet, wenn es darum geht, um diesen Geist des klaren Lichtes. Aber eigentlich ist das schon auch ein bisschen vorweggenommen, der Abidharma ist ja sehr früh entstanden, wenn es um die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens geht. Das habe ich jetzt hier nicht mehr aufs Blatt geklatscht, aber das kommt gleich im Anschluss an diese ganzen wichtigen Verse, dass der Buddha die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens erklärt und die muss man vorwärts und rückwärts wissen, aber dazu muss man auch wissen, wie sie zu verstehen sind. Es ist nicht ein kausalen Nexus. Also es ist nicht so, dass die eine aus der anderen folgt, sondern bis auf drei treten sie alle gleichzeitig auf, diese zwölf Glieder des abhängigen Entstehens. Was ist das, diese zwölf Glieder des abhängigen Entstehens? Das ist die Art, wie wir existieren. Also es ist die Art, wie wir als Kontinuum herumflukturieren. Also dieses seltsame, was wir werden und vergehen und sein nennen, das sind diese zwölf Glieder des abhängigen Entstehens, die ablaufen. Die Art, wie wir existieren, wie existieren wir, in Form dieser zwölf Glieder des abhängigen Entstehens. Und das erste Glied, was zu nennen ist, ist ja Unwissenheit. Das nennen die Tibeter Marikpa, die Sanskrit-Leute Avitya. In Marikpa steckt ja schon drin. Marikpa ist dieses klare Licht, die klare, lichthafte, erkenntnishafte Qualität der subtilsten Ebene des Geistes, dessen, was man subtilste Ebene des Geistes nennt. Und alles, was davon getrennt ist, was das nicht ist, ist Marikpa. Also Ma ist die Verneinung. Und wir übersetzen es mit Unwissenheit, trifft es aber nicht so richtig. Also Unwissenheit, auch Avitya trifft, also trifft auch Avitya nicht völlig. Es ist offensichtlich ein Nicht-Erkennen, ein etwas, was gegen den Strich dieser klaren, erkennenden, subtilen Bewusstseinsebene geht. Also solange wir nicht auf der funktionieren, solange haben wir keine Chance, solange ist einfach alles, wie wir es wahrnehmen, getrübt. Und was zu diesem Marikpa, zu dieser Unwissenheit dazu kommt, sind diese karmischen Bildekräfte. Die haben wir ja seit anfangsloser Zeit angehäuft. Die häufen wir immer neu an, so wie wir Existenz mit Unwissenheit annehmen. Also wir sind instinkthaft unwissend. Das ist das Problem. Also es ist nicht so, dass wir nach der Geburt irgendwie wissend und erleuchtet sind und dann kommt schon wieder die Unwissenheit irgendwie ins Bettchen gelegt. Nee, wir sind damit leider geboren. Wir bringen die von einem Leben ins nächste mit, dooferweise. Aber da kann man was tun. Also sonst, die ist eben auch nicht inhärent. Deshalb gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, da was dran zu drehen. Es ist doch so, dass das Bewusstsein sich irgendwie in den Körper aussuchen. Also ist jetzt ein bisschen sehr schematisch gesagt. Aber dann haftet es am Körper an. Es greift nach körperlicher Existenz. Das kommt genau, also wie das funktioniert, das sehen wir gleich. Also diese vier Komponenten kommen zusammen. Unwissenheit, karmische Bildekräfte, Bewusstsein, also es muss ein Bewusstsein da sein und es muss Anhaftung da sein. Wird hier in dem Zwölfer Nexus etwas später genannt, aber die vier treten gemeinsam auf. Also wir haben die Unwissenheit da und wir haben eine Anhaftung da und wir haben karmische Bildekräfte da. Durch die Anhaftung kommen die karmischen Bildekräfte zur Reife. Also auch eine starke Abneigung ist eine Anhaftung. Also das ist jetzt das Gleiche gemeint. Und wenn die zur Reife kommen, dann passieren Taten von Körper, Rede und Geist. Und die sind wieder karmisch relevant. Das heißt, da perpetuiert sich einfach das Anhäufen von karmischen Bildekräften, die ins Bewusstsein gesät werden durch äußere oder innere Taten, also durch Taten von Körper, Rede und Geist. Und die wiederum bleiben im Bewusstsein, bis sie zur Reife kommen, durch wieder ein neues Anhaften. Und das Ganze geschieht quasi befruchtet immer wieder durch Unwissenheit. Das ist der grobe Effekt und das zieht nach sich das Ausbilden von Werden, von Name und Form, von diesen sechs Sinnesquellen, die entstehen dann gleich immer mit. Also diese sechs Sinnesquellen sind eben auch die, die in der Upanishad hier so diese große Rolle spielen. Also die überhaupt das Bewusstsein, die die Fenster zum Bewusstsein sind. Das Bewusstsein speist sich aus diesen sechs Sinnesquellen. Und weil es die sechs Sinnesquellen gibt, gibt es Kontakt mit äußeren Objekten. Eigentlich gibt es keinen wirklichen Kontakt mit den äußeren Objekten, sondern die Sinnesquellen, die sind da und bilden die Sinnesorgane aus. Also die Sinnesquellen sind nicht gleichzusetzen. Das Auge ist nicht die Sinnesquelle, sondern der Sehsinn ist noch was anderes als das Sinnesorgan. Die bilden die Sinnesorgane aus und das Auge nimmt zwar irgendwas wahr, aber wie das Gehirn und diese Sinnesquelle das Ganze aufbereitet, ist sehr subjektiv. Und wie das Bewusstsein es wahrnimmt, ist auch eben von Unwissenheit und karmischen Bildekräften, die zur Reife kommen, abhängig. Aber das sind erstmal vier Skandars. Nein, das sind keine Skandars. Das sind die zwölf Glieder des abhängigen Entstehens. Das ist, was da unten steht, das sind zwölf Stück. Und wie gesagt, davon treten, die treten alle simultan aus, bis auf die letzten Geburt, Altern und Tod und Werden, das sind die, die dann nacheinander auftreten. Während die anderen Unwissenheit, karmische Bildekräfte, Bewusstsein, Name und Form, die sechs Sinnesquellen, Kontakt, unterscheidende Empfindung, Anhaftung und Greifen, die treten gleichzeitig auf. Das ist das, was man wissen muss. Oder quasi gleichzeitig. Also man sagt immer, dass sie gleichzeitig auftreten, weil sie quasi unmittelbar miteinander verflochten sind und zu tun haben. Also durch die Sinnesquellen gibt es eben Kontakt. Das, was wir für Kontakt halten, was aber in Wirklichkeit auch getrübt ist. Und das Bewusstsein, so wie es das wahrnimmt, also die Wahrnehmung, ist karmisch geprägt. Das heißt, sie ist determiniert. Das kann man natürlich ändern. Also man kann ja seinen Karma ändern, indem man gute Taten tut. Also die Lehre übt. Also ich vermisse gerade, wo halt jetzt diese Veränderung dann stattfindet. Es ist so, das Glück und das Unglück, was man dabei empfindet und diese Wahrnehmung, ob man das mag oder nicht mag, das hat sehr stark mit dem Karma zu tun. Es gibt ja Leute, die sehr empfindlich auf winzigsten Schmerz während anderen auch haben da nicht so das große Problem damit. Einigen ist ganz schnell kalt und ganz schnell heiß, leiden da entsetzlich drunter und da habe ich kein großes Problem damit. Das alles hat mit Karma zu tun. Und dann auch, ob man etwas als, ob man genießen kann oder nicht genießen kann, das hat auch mit Karma zu tun. Also es gibt zum Beispiel Menschen, schönste Farben, also Farben und schöne Formen und so weiter. Das ist sehr abhängig von gutem Karma, dass man solche Dinge schätzen und genießen kann. Es gibt auch eben diese Homofaber, die irgendwie an nichts Freude haben, so richtig. also die sind auch nicht besonders unglücklich, aber große Freuden, also große Sinnesfreuden haben die auch nicht. Hat mit Karma zu tun. Aber das, was ich dachte, gelernt oder verstanden zu haben, war halt, dass wenn ich mir das bewusst wird, wenn ich es mir anschaue, dass ich dann ja sehr wohl in der Lage bin, sowas wie Farben durchaus genießen zu können oder halt meine Antipathie gegenüber Dingen zu relativieren, sodass sie mir nicht mehr so anhaltend erscheinen. Genau. Das ist der Prozess, den ich jetzt gerade hier also quasi versuche, mich darin zu üben. Genau. Das ist aber auch der Wandel, der einzige, der mir übrig bleibt in den meisten von den zwölf Gliedern, die gleichzeitig stattfinden. Ja, es ist nicht, also wir haben viel mehr Freiheit, als wir ahnen. Also es geht ja darum, warum macht man dieses Training, dass man nicht allzu sehr anhaftet an den schönen Dingen, also nicht so darunter leidet, wenn die jetzt nicht vorhanden sind, und dass man auch seine Abneigung versucht in den Griff zu bekommen, weil man einfach sagt, die sind leer und die Art, wie ich darauf reagiere, ist nichts weiter als Anhaftung und die beruht auf Unwissenheit. Also das sind so die besten Mittel, mit denen man das in den Griff bekommt, obwohl es natürlich schwer ist, weil es so völlig gegen die Natur zu sein scheint. Und man leidet darunter, weil man denkt doch, ja, aber so gar keine Freude mehr. Und so, weil man sieht ja nicht, dass es tatsächlich eigentlich Leiden perpetuiert. Das fällt am Anfang ja wirklich schwer zu sehen. In dem Moment, also wenn ein Buddha Buddhaschaft erreicht oder ein Arhat Arhardschaft erreicht, dann ist es nicht so, dass er das nicht mehr wahrnimmt, ob da Blumen in einer gewissen Weise konventionell schön sind oder nicht. Aber das Ganze hat nichts mehr mit Leiden zu tun. Ich denke mal, er wird es sehr wohl wahrnehmen, aber er wird es nicht mehr so ganz genau. Also es gibt ja auch Aussagen des Buddha genau darüber, dass eben bestimmte Stoffe er als sehr angenehm weich empfunden hat und so weiter und so fort. Aber die haben eine höhere Wahrnehmung. Also das ist dann einfach das Ganze auf einem ganz anderen Niveau. Da ist also denen fehlt nichts, wenn das nicht da ist. Und trotzdem können sie das natürlich noch genau wie wir konventionell unterscheiden, wie etwas geartet ist und die Unterschiede durchaus wahrnehmen. Die sind ja jetzt nicht tot. Also die Sinne funktionieren ja trotzdem weiter noch. Aber ich habe das verstanden im Vergleich zum Hinduismus, dass also dieses Kontinuum eine viel abstraktere Ebene ist, als jetzt zu sagen, weil ein Individuum in einem vorigen Leben etwas Schlechtes getan hat, ist das jetzt die Konsequenz, die Blüte, die es jetzt in diesem Hier und Jetzt zu tragen hat. Also der Bettler oder wie auch immer. Und dieses Abstrakte, also dieser... Was meinst du mit abstrakt? Also, ja, das habe ich glaube ich noch nicht ganz verstanden. Also da, wo du sagst, das ist ein findlicher Unterschied. Also es ist ja das Konkrete, also das Reale, das Vorhandene ist nur nicht persönlich. Also es gibt kein wirklich persönliches Ich, sondern warum gibt es kein persönliches Ich? Nimm dein Leben nicht persönlich, ist eins meiner Lieblingsbücher. Lieblingsbücher, buddhistisches... Warum? Weil es eben eigentlich aus leeren Komponenten, aus allgemeinen Komponenten besteht. Du sprachst ja vom Kontinuum, was da hinterliegt. Und dieses Kontinuum besteht aus allgemeinen Komponenten. Also Erde, Wasser, Feuer, Luft sind allgemein. Glück und Leid sind allgemein. Glück ist einfach nur Glück und relativ zu meinem Empfinden Glück, aber tatsächlich ist es leer. Und Leid ist auch nur Leid voll relativ zu meinem Kontinuum und zu dem, was eben meine Gegebenheiten sind, aber es ist letztlich auch leer, weil es auch nicht, weil es auch instabil ist. Weil das, was dazu führt, dass ich das als Leid benenne und auch so empfinde, was auch wieder sehr relativ ist, ist sehr allgemein. Und kann auch daher, das ist die große gute Nachricht dabei, weil es eben nicht inhärent ist, weil es eben nicht persönlich ist, ist es auch so wandelbar und habe ich die Freiheit, dass ich es vollkommen wandeln kann. Es ist durch mich und keinen anderen als mich angehäuft. Aber wer ist ich? Was ist dieses Ich? Und das ist eben ein Konglomerat aus unterschiedlichen Faktoren, aus diesen fünf Skandars, die ja große Bereiche sind, wo viele Unterbereiche dazugehören. Aber keiner der Bereiche und Unterbereiche ist persönlich, sondern es sind einfach Eigenschaften, Qualitäten, Elemente, die zusammenwirken, die auch eine Verbindung eingehen. Da muss man natürlich dann noch genauer in die Tiefe gehen. Inwiefern gehen solche allgemeinen Dinge eine Verbindung ein? Was steckt da dahinter? Das wird auch kompliziert und komplex erklärt. Daran studieren die Gesches ja 25 Jahre herum. Genau um diese Sachen geht es natürlich da. Aber grob kann man eben sagen, es sind allgemeine Dinge der Welt, die angeeignet werden. Das sagt der Buddha, deshalb habe ich das ja auch mit hier reingenommen. Auf diese Weise betrachtend, wird keinerlei Welt angeeignet. Also die Welt, das ist das Allgemeine und die wird zu meiner Welt, indem ich sie mir aneigne, auf mein persönliches Kontinuum beziehe, was aber Quatsch ist. Was tradiert sich denn dann halt im Kontinuum von einer Inkarnation? Genau, das ist eben das Interessante. Also das ist genau die wichtigste Frage natürlich. Rikpa, die klare Lichtnatur des Geistes. Und die ist sowohl persönlich als auch allgemein. Es ist der Ozean, der sich im Tropfen ergießt, sozusagen. Alles und nichts? Man kann nicht sagen, alles und nichts. Es ist etwas, was eine Kontinuität hat, aber keine inhärente Substanzhaftigkeit oder so etwas in der Art. Es ist etwas, was sich wandelt, aber es hat, das ist ja wirklich das Erstaunliche, es ist endlos, aber das Leidhafte daran, das hat wahrhafte Beendigung. Das ist der Unterschied. Also es gibt eine wahrhafte Beendigung des Leidhaften an diesem geistigen Kontinuum, aber das Kontinuum selbst ist anfangs und endlos. Aber ist das dann Nirvana? Das ist Nirvana. So wie dieses Leidhafte eine wahre Beendigung gefunden hat und diese ist möglich, deshalb heißt eben, das dritte Siegel ja auch, Nirvana ist möglich, dann ist Nirvana erreicht. Okay, danke. Wenn das Leidhafte eine wirklich vollständige Beendigung gefunden hat. Und dass das möglich ist, ist erstaunlich, weil das Kontinuum selbst, also dieses Rigpa, dieses klare, erkenntnishafte Qualitative des Geistes, die subtilsten Ebene des Geistes, das hat tatsächlich, das ist endlos. Und das beantwortet dann eben auch die kluge Frage, was passiert mit einem Buddha, wenn er gestorben ist? Ist er dann einfach ausgeblasen und erloschen, wie einige glauben? Oder existiert er dann in irgendeiner Form weiter? Und es gibt Theravada-Schulen, die sagen, nee, dann ist einfach Sense. Und da sagen aber dann die späteren buddhistischen Philosophen, das kann ja gar nicht sein, weil es gibt eben diese klare Ebene, die gibt es übrigens, nicht nur im Buddhismus, sondern viele spätere, die Erleuchtung erfahren haben, beziehen sich auf etwas ganz Ähnliches. Also da gleicht sich dann am Schluss vieles wieder an und da verschwimmen dann auch diese ganzen Unterschiede, Hinduismus, Buddhismus und blablabla, sondern diejenigen, die es erkannt haben, für die ist es alles dasselbe wahrscheinlich. Aber gut, der Buddhismus ist ja sehr empirisch und sehr klar, was das anbelangt und sagt eben genau, das ist eben der Punkt, da der Geist anfangs los ist, muss er endlos sein, dass eine Abfolge von Kontinuen, von Ursachen ist, die immer wieder das Nächste, den nächsten Moment quasi einleiten, kann es da kein Ende geben. Aber das Leidhafte daran, das kann ein Ende haben, weil es eben aufgrund von instabilen Ursachen und Bedingungen zustande gekommen ist. Und wenn das beendet ist, dann hat man nur noch dieses freudvolle, klare Licht des Geistes, Rigpa sozusagen. Es ist nicht einfach, wirklich. Es ist harter Tobak und die Erklärungen dafür sind sehr ausführlich und nicht einfach nachzuvollziehen. Das klingt aber, ich kann es schon, glaube ich, ein bisschen verstehen. Man muss das erst mal intellektuell sich daran nähern und dann muss man es meditieren. Das ist der Sinn der Übung auch von Debatten in Klöstern und so weiter. Meine Frage ist etwas einfacher. Du hast eben gesagt, dass es eine Frage des Karmas ist, ob jemand kalt oder heiß empfindet. Wie intensiv etwas empfindet. Ich will es jetzt nicht vertiefen, weil zum einen kann man ja sich in körperlicher Wahrnehmung schulen, aber ich wollte etwas anderes sagen. Oder ich möchte es anders, ich sage es mal so, angenommen, wir verteilen jetzt hier ein paar Paprikaschoten und der eine empfindet das Kapsika eben so, dass es ihm vom Stuhl haut. Und wenn jetzt hier Tibeter sitzen würden, die könnten 10 Schoten oder 20 essen, wären glücklich. Das heißt, ich kann das gar nicht aufnehmen. Ich würde wahrscheinlich gleich alle Zähne sonst... Aber das muss eben nichts mit Karma zu tun haben. Nein, ich wollte das ja noch mal... Weil das kann es ja nicht sein. Ich meine, es kann natürlich Karma sein, dass ich jetzt Paprikaschoten mitgebracht habe, aber irgendwie... Nein, nein, nein. Karma schlägt sich ja immer in Erfahrung von Glück oder Leid nieder. Und wenn wir hier im Raum sitzen, die Heizung wird aufgedreht und der eine leidet darunter und ach, ich kann hier nicht mehr sitzen, ihr müsst mal die Heizung das Fenster auf und wird schon wütend deswegen und so weiter, weil er so leidet und der andere sagt doch, na Herrgott, mir ist es auch ein bisschen warm, aber ich entfinde das nicht so schlimm. Das sind ja auch thermische Empfindungen im Körper. Also ich will das jetzt nicht mit Karma. Ja, aber dem einen ist es... Also das ist ein Zeichen, das steht auch wirklich so in den Texten, also diejenigen, die gutes Karma haben, die leiden überhaupt nicht unter diesem Kälte- und Heizungsrat. Okay, das ist das Leiden. Das Leiden ist gemeint. Die Empfindung, aber das darunter Leiden, empfinden tun sie alle ähnlich, aber das Leiden darunter ist eben sehr abgeschwächt. Das ist ja viel unterschiedlich, weil die Körper sind ja auch... Ja, wir sind alle sowieso völlig unterschiedlich. Das muss man dazu sagen. Und deshalb, wie gesagt, heißt es ja auch, das ist auch etwas, was zum Ich-Verständnis absolut dazu gehört, dass man nicht die drei Arten des Stolzes entwickeln soll. Den Stolz, dass andere einem sowas von überlegen sind und man der arme Wurm ist, der zu nichts fähig ist. Dann den Stolz, dass man den anderen überlegen sei. Und dann noch den Stolz, dass man den anderen gleichwertig oder gleich sei. Den Stolz soll man auch nicht haben. Das war das nicht so, oder? Naja, damit ist gemeint. Das gemeint ist eben, wir sind alle sehr unterschiedlich. Wir können uns überhaupt nicht mit irgendjemand anders wirklich vergleichen. Man soll man vergleichen. Eben, also vergleichen und werten ist Schwachsinn, weil wir alle so unterschiedlich sind mit so vielen, ganz, ganz tausend Millionen unterschiedlichen Ursachen und Wirkungen, die in uns zum Tragen kommen und die unsere Entwicklung prägen, dass es einfach lächerlich ist, aus der Sicht eines Erleuchteten, uns miteinander irgendwie in ein Ranking zu begeben. Also das ist Stolz. Wie leicht bin ich besser als der, wie schlechter. Ja genau, und das macht man den lieben langen Tag. Das ist immer ein Zustand unserer Gesellschaft. Ja, es ist tatsächlich sehr befreiend, wenn man das so sieht. Gesellschaft fordert mir dazu auf, genau das zu machen. Ja, 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 natürlich. Da gibt es diese Geschichte immer von dem Meditierenden, der in bitterer Kälte eigentlich meditiert, aber sich da nicht verhaftet und nicht verkrampft. Na, der kann Tummo. Also ist das dann ein gutes Karma, das einen nicht befähigt, also diese Dinge so zu groß zu lassen? Nö, der hat Tummo praktiziert. Tapas sozusagen, der hat innere Hitze. Also es gibt bestimmte Meditierenden, also sagen wir mal, die fortgeschrittenen Meditierenden, die können ja mit diesen feinstofflichen Elementen und Energien in ihrem Körper, die können die kontrollierend quasi führen. Und ein Abfallprodukt bei einer bestimmten Meditationsform in dieser Art und Weise ist Hitze. Und das ist ein Abfallprodukt. Das ist nicht das, was man primär eigentlich anpeilt, sondern in diesem Chakren-System stellt man ja immer vor, in der Mitte diesen Zentralkanal, die Sushumna und rechts und links Pingala und Ida. Und der Witz ist eigentlich, dass man die Winde, die Pranaströme in diesen Seiten-Naddis, Pingala und Ida, dass man die unten zusammenführt. Das ist da unten bei dem Chakra am geheimen Ort, dass man die da in den Zentralkanal bringt und zum Aufsteigen bringt. Das habe ich letztes Mal. Ja, genau. Also das ist so immer so das Hauptziel der Yogis, ob Hindus oder Buddhisten. Darum geht es. Da sind wir noch meilenweit von entfernt, weil wir einfach nicht so subtil mit unseren inneren Kräften... Aber das ist ja, dass man die gedanklich führen muss. Alle konzentrative Meditation führt ja dahin, dass man das irgendwann kann. Und es wird auch nicht behauptet, dass die unbedingt da alle so liegen, sondern man meditiert da rein. Man schafft geistig diese Kräfte und diese Energien, dass die diese Bahn nehmen. Also da gibt es ganz unterschiedliche Aussagen davon. Tatsächlich aber, wenn man Herzchakra, das ist ja hier, wie wir auch schon in den Upanishaden gesehen haben, da wird das ja alles schon angedeutet. Also diese Dinge haben eine lange Tradition. Da muss was dran sein. Und ich meine, Tumopraktizierende gibt es ja auch heute noch. Wie entsteht die jetzt wieder? Es heißt offensichtlich ein Abfallprodukt. Also der Körper ist ja in der Lage, seine Körper... Wie geht die ganzen hier den Kanal? Frag mich nicht, du. Ich habe noch nicht Tumopraktizierende. Das muss du meinen Tumopraktizierenden machen. Aber tatsächlich können die das. Also die können ja wirklich bei grimmer Kälte da im Schnee sitzen und dann gibt es ja richtig Wettbewerbe, dass die irgendwie nasse Laken trocknen und sowas. Ja, wer zuerst das Laken auf seinen nackten Oberkörper im Schnee... ...können wir da mit Sakradavid Niel nachlesen. Genau, genau, da steht das immer schön drin. ...hat damit viel überleben können. Genau. Ich dachte nur, dass das so ähnliches wäre, wie halt, also den einen jetzt egal, ob es scharf ist oder... Nee, 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 das ist richtig eine Trainingsmethode mit dem, was da ist. Also dieser grobstoffliche Körper hat eben viele, viele tolle Möglichkeiten. Den darf man nicht unterschätzen. Also man darf nicht an ihm anhaften, aber man kann ihn sehr wohl benutzen. Das ist mein tolles Fahrzeug, weil ich gerade habe es nicht. Genau, genau, genau. Das ist die Lösung für unsere Heizung. Genau, ihr macht Tummo-Praktizierende, müsst ihr auch... Es ist viel billiger, als für eine Heizung zu kaufen. Wir brauchen heute vier Leute, die Tummo machen. Genau. Also ich finde, ihr solltet mal einen erfahrenen Tummo-Praktizierenden einladen. Wir haben eine Gruppe von mehreren Tummo-Praktikern, die wärmen dann den Raum auf und halten den auch warm. Das ist eine sehr gute Idee, das ist viel billiger als alles andere. So eine selbsttreibende Sauna ist das schon. So. Ja, jetzt bin ich auch schon fast am Ende. Siehst du die ganzen hier, den Teufelsberg voller Meditierenden? Gute Idee. Zum Abschluss, wir sind ja jetzt schon ganz schön fortgeschritten in der Zeit. Was will ich noch sagen? Also wie gesagt, all das, was hier theoretisch präsentiert wird durch den Buddha, was wirklich auch zu den ältesten Texten ja gehört, das ist die älteste Textschicht, die man so kriegen kann. Da steckt einfach schon eine ganze Menge drin. Was durch die späteren philosophischen Schulen ausformuliert worden ist oder einfach ein bisschen weiter ausgeführt worden ist. Aber im Kern ist hier alles vorhanden, wenn man das mit richtigem Verständnis liest. Wenn man jetzt selber damit arbeiten will und das für seine Praxis benutzen will, dann ist es einfach gut, immer auf diese Texte mal zurückzukommen und die mit neuem Verständnis zu lesen und zu meditieren. Und gerade bei diesen zwölf Gliedern des abhängigen Entstehens, die sollte man einfach alle wissen und wie die zusammenhängen. Also wenn man Wahrnehmung hat, wann dann aus dem Kontakt eine Anhaftung und ein Greifen entsteht. Also der Kontakt allein bewirkt ja noch nicht das Greifen, sondern das Greifen ist ja auch gesteuert durch die grundsätzliche Unwissenheit. Also dass man nach etwas greift, weil man sich da Glück von verspricht und so weiter und so fort. Und das geschieht unter dem Eindruck der karmischen Anlagen, der karmischen Bildekräfte. Also das ist dieser ganze Komplex, der zusammenhängt. Und es geht ja darum, dieses Netzwerk zu zerstören. Am besten eben durch Erkenntnis der Leerheit, also durch Erkenntnis des Nicht-Selbst oder Erkenntnis, also entweder erkennt man das Nicht-Selbst an der eigenen Person oder man erkennt das Nicht-Selbst bei den Phänomenen. Also wenn man das eine erkennt, erkennt man das andere. Auch da gibt es leicht divergierende Meinungen, aber grundsätzlich gilt das. Also wenn man diese Leerheit erkennt, dann ist man wirklich, das ist das, was erleuchtet. Und das ist auch das, was dann tatsächlich von den Leidenschaften befreit, die einen dazu bewegen, karmische Handlungen zu tun. Also wann immer wir diese bösen, verstörenden Leidenschaften empfinden, müssen wir ja als Anfänger erstmal versuchen, die in den Griff zu kriegen, diese Leidenschaften einzudämmen, weil die quasi eine Medizin sind gegen das Greifen nach dem Ich und das Greifen nach den Phänomenen. Aber bevor man eben nicht erkannt hat, direkt erkannt hat, die Leerheit der Phänomene, so lange kriegt man die Leidenschaften nicht völlig in den Griff. Das ist das Problem. Also das ist wirklich erst das, was die Leidenschaften dann rudimentär ausrotten kann, wenn man die Leerheit erkennt. Dann springt man über die Hürde, dann erreicht man den Pfad des Sehens, dann erreicht man Ahardschaft. Also Pfad des Sehens erreichen und Ahardschaft, das ist dasselbe. Das geht miteinander einher und das ist die dritte Stufe auf dem Pfad. Die erste Stufe ist ja einfach nur Ansammeln und sich trainieren und dann kommt erst der Pfad des Sehens. Und das sind zwei Anhandlungen. Also es heißt auch immer, wie heißt es denn noch, die erste Stufe der Ansammlung und die zweite Stufe der Ansammlung. Ja, erste Stufe der Ansammlung und die zweite ist eigentlich des Lernens und des Umgangs und des Wandels. Das eine ist das Sehen und das andere ist das Wandeln. Ja, genau. Und das, was wir Unwissenheit nennen, bezieht sich einerseits eben auf Leerheit, also dass wir die Leerheit nicht direkt einsehen und verstehen. Und auf der anderen Seite bezieht es sich auch daran, dass wir nicht den Zusammenhang zwischen karmischen Taten und ihren Folgen sehen. Das hat den Nachteil, dass wenn wir Negatives tun und es mit der Unwissenheit tun, dass wir nicht absehen, dass da Schlimmes draus entsteht. Also wir tun, warum tun wir überhaupt Schlechtes? Meistens aus Faulheit oder weil wir uns was Gutes damit versprechen, weil wir unser Ego damit irgendwie versuchen, anders zu präsentieren. Na ja, wenn ich stehle zum Beispiel, also wir können ja die zehn unheilsamen Handlungen durchgehen, weil ich mir was verschaffen will. Ein Genuss durch Geld oder ich will mir Geltung verschaffen oder mir Angenehmes mit dem Geld verschaffen und so weiter und so fort. Ich will reich sein, weil ich mir was Gutes tun will. Und ich erkenne nicht, dass eigentlich ich mir damit was unheimlich Schlechtes tue, dass ich meine Armut der Zukunft, also dass ich Armut heraufbeschwöre, die nicht ich erlebe, aber das Wesen, was ich gleichzeitig, genau. Diesen Punkt, also dieses Wesen, eigentlich kann ich mich doch mitnehmen wie saue. Ich bin es doch nicht, der die Konsequenzen tritt. Du bist aber derjenige, der ja auch das jetzt ausbaden muss, was andere schon angehäuft haben. Also es ist nicht so, dass es mit dir nicht in Zusammenhang steht. Genauso wie du manchmal erschüttert darüber bist, was dir passiert, wird dieses Wesen erschüttert darüber sein, was ihm passiert. Es ist dann sozusagen gerade von sozialem Verhalten, dass man sich überlegt, okay, das nächste Wesen, den werde ich mal nicht so... Außen muss es ja auch nicht im nächsten Leben sein. Nein, das ist ja eine weite Zukunft, genau. Du kannst es irgendwann reifen. Und es wird sich genauso mit sich identifizieren, wie du dich mit dir identifizierst. Also du wirst dir ein verzweifeltes Wesen vorstellen müssen, was bitter leidet und was auf diese Taten zurückzuführen ist. Das sind aber ganz wichtige Überlegungen in dieser Art und Weise. Was kommt dabei raus? Und das, wenn man solche Überlegungen anstellt, ist schon Medizin gegen Ignoranz. Also ist schon Medizin gegen Unwissenheit, weil es ja mit der Wahrheit konform geht. Also alle diese Nachdenkübungen sind schon dann gegen den Strichbürsten der Unwissenheit. Also normalerweise bürsten wir uns immer ordentlich mit dem Strich der Unwissenheit. Und sich dagegen zu bürsten ist mühsam und empfinden wir am Anfang als seltsam, weil es gegen unseren Instinkt geht. Aber da es mit der Wahrheit konform geht, werden wir dabei auch schon so etwas wie befreiende Aha-Erlebnisse haben. Also es bringt uns weiter, uns dagegen den Strich zu bürsten. Es ist nur am Anfang sehr mühsam. Trotzdem wird es uns weiterhelfen. Wenn wir jetzt positive Handlungen tun, könnten wir das jetzt auch aus Unwissenheit gut handeln. Dann wären es nicht wirklich gute Handlungen. Also das Ding ist, wenn wir, dann würde ja diese Unwissenheit über karmische Handlungen, ihre Folgen, keine Rolle spielen. Aber da es mit Dharma, mit der kosmischen Weltordnung sozusagen einhergeht, ist es auch ein Gegenmittel gegen die Unwissenheit, gegen diesen Zustand von Marikba, gegen diesen Zustand von Unwissenheit. Hallo. Insofern sind karmisch positive Handlungen immer gut. Also die bieten uns dann sozusagen, die helfen unserem Bewusstsein, auch wenn sie, also manche sagen ja, man soll am besten gar nichts mehr tun, weil alles karmische Handeln hält ja im Daseinskreislauf. Aber das ist nicht ganz richtig. Also es ist einerseits richtig klar, solange Unwissenheit da ist, werden positive Taten uns nur hauptsächlich Glück beschaffen. Also da, was ja nicht schlecht ist. Ich meine, nicht viel arbeiten müssen und trotzdem Wohlstand haben, ist ja nun nicht was Schlechtes. Und das kann man mit ein bisschen Großzügigkeit ganz prima erreicht. Und all diese Sachen, die uns angenehm sind, erreichen wir durch gute Taten. Und das Ganze wirkt auch noch gegen Unwissenheit, gegen Marikba. Es ölt sozusagen schon mal die Schiene. Diesen Jump, diesen Sprung, diesen Erkenntnissprung über die Unwissenheit hinaus, den befördert das auch. Deshalb ist immer davon die Rede, dass wir diese zwei Ansammlungen aus Einsicht und aus positiven Taten, diese beiden Schätze, diese beiden Ansammlungen müssen wir verwirklichen. Und deshalb heißt eben auch dieser Pfad der Ansammlung, der Pfad der Ansammlung. Genau das muss da angesammelt werden. Was muss auf diesem ersten Pfad, den wir alle noch nicht erreicht haben, und das heißt, ich kann nur für mich sprechen, den ich noch leider nicht erreicht habe, diesen Pfad der Ansammlung, der ist schon mühsam zusammenzubringen. Also man braucht eben haufenweise gutes Karma aus guten Taten, altruistisch motivierten Taten und Einsicht. Übung in Weisheit. Also das ist das, was angesammelt werden muss. Und das ist schon eine ganze Menge. Da muss man schon ganz schön schindern, um das anzusammeln. Aber das sind die Voraussetzungen, um irgendwann mal diesen Pfad des Sehens erreichen zu können. Also deshalb ist es ganz wichtig, dass man diese Stufen und Pfade gut kennt und weiß, was womit gemeint ist. Bei Taten, die gut sind, ist diese Form von Ignoranz über karmische Wirkung in diesem Moment außer Kraft gesetzt. Die ist normalerweise behindernd, wenn man aus Unwissenheit schlechte Taten tut. Auch wenn man irgendwie grob das Gefühl hat, es ist keine gute Tat. Man weiß nicht so richtig, warum es eigentlich keine gute Tat ist. Man hat darüber nie nachgedacht. Man hat aber doch ein Gefühl für Anstand. Das hat ja der Kosmos einem eingewoben, dass man schon irgendwie so etwas wie ein Bewusstsein dafür hat. Dass Töten von Nachbarn aus Habgier nicht so richtig gut ist, dass man also wirklich eigentlich doch eher mit der Gemeinschaft sein möchte. Man kann nicht gegen seine eigene Natur immer verstoßen. Es ist leidvoll. Also man züchtet auch in diesem Leben damit schon sein eigenes Leid und verstärkt die Unwissenheit. Wenn man das Gegenteil tut, auch ohne großes Bewusstsein, kommt man automatisch zu Erkenntnissen. Also positives Karma ansammeln führt automatisch zu Erkenntnissen. Das ist auch so ein großer Vorteil daran. Und wir haben dann in einem Interview mal gesagt, dass wenn man halt das praktiziert, man sich dabei auch noch gleichzeitig besser fühlt. Und das ist ja der Verstärker, der mir dann verständlich macht, warum ich das tue. Weil ich mich auch besser fühle. Und dann wird es zum Selbstläufer und das Verständnis verändert sich. Insofern bringt sich eben durch gute Taten die Lehre selber zur Reife. Also man muss nicht sagen, ich bin so dumm, wie soll ich denn das packen, das ist alles so kompliziert. Tu einfach Gutes und übe und bewege dich in der Materie und dann wirst du auf jeden Fall Fortschritte machen. Und man hat ja sehr viel Zeit. Also es ist ja, man muss natürlich diese kostbare Menschengeburt nutzen. Aber man kann davon ausgehen, dass wenn man richtig praktiziert, man auch wieder eine kriegt. Es ist schwer, aber tatsächlich, wenn man das macht und wenn man Zuflucht nahm, das ist ja der Sinn der Zufluchtnahme-Gelübde, dass wenn man die hält, schließt das die Tür zu den niederen Bereichen. Das heißt, dass man auf jeden Fall eine höhere Wiedergeburt im Menschenbereich oder höher die Folge ist davon. Und wenn nicht, dann dauert es halt einfach ein bisschen länger. Ja, das wäre schon blöd. Dann hätte man schon einiges nicht richtig gemacht. Wenn man nicht richtig praktiziert, Zufluchtnahme, das kriegt man hin, Leute. Und die Gelübde entsprechend halten. Aber gut, diese Dinge muss man wissen. Und die Hauptignoranz, eben dieses Hauptzersprengen, wie kann man das überhaupt? Hat man diese Freiheit, dass man gegen die Unwissenheit angehen kann, mit der man ja instinkthaft geboren ist und die wirklich schwer auszumerzen ist, also dieses Ego-Greifen ist wirklich, wirklich schwer auszumerzen. Das ist das Tolle eben an der Menschengeburt, dass wir das haben. Also, dass wir diese Intelligenz haben. Leider haben wir eben auch sehr große Macht, Schlechtes zu tun als Mensch. Also ein Tier kann nur in gewissem Rahmen grausam und böse sein. Aber ein Mensch kann das in nahezu unbegrenzter Form. Aber das Umgekehrte ist eben auch richtig. Also ein Mensch kann auch in unbegrenzter Form wirklich sehr, sehr gut sein. Also wir müssen uns dieser Macht total bewusst sein. Und diese Macht ist umso mächtiger, als je selbstloser wir unser Ich erkennen. So, das war ein gutes Schlusswort. Also nehmt euer Leben nicht persönlich. Jetzt und zwar auf der umgekehrten Seite bei der Mandala-Darbringung ab dem Ich. Ich, ja, das ist so auf der Hälfte der Seite irgendwie. Ah ja, ich bringe das rein. Ich bringe dieses reine, die Sinne erfreunde Universum dem wunderbaren und hervorragenden geistigen Lehrern dar. Euch, meinen gütigen, gegenwärtigen Lehrern und denen der Überlieferungslinie. Besonders euch, mein Lehrer, der ihr von edler Wesensart seid, euch Überwinder und großen Watscherhalter, zusammen mit der Versammlung der Gottheiten und ihrem Gefolge, bitte ich, nehmt es aus Mitgefühl an, zum Wohle für alle Lebewesen. Und indem ihr es annehmt, bitte segnet alle Lebewesen unsere Mütter und mich mit eurem großen Mitgefühl. Dieses Fundament mit Duftrauch, Safranwasser und Blumen versehen, mit dem Weltberg Mero, den vier Kontinenten, Sonne und Mond geschmückt, überreiche ich als vorgestelltes Buddha-Land. Mögen sich alle Wesen an diesem reinen Land erfreuen. Auf die Lehre des unübertroffenen Buddha zu treffen, geschieht durch die Güte des geistigen Lehrers. Daher widme ich das Verdienst allen Lebewesen, mögen sie ohne Ausnahme die Fürsorge durch einen reinen, heilsamen Freund erfachen. Idam Guru Ratna Mandala Kam Neryatayami Ich bin ein, das ist 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 ein, das